Okay, es ist Zeit für ein weiteres Longplay, das längste bisher. Wir haben ja für die Drei-Völker-Kampagne jedes Mal 8, 9 Stunden gebraucht. Das waren 9 Missionen, selbst haben wir 12. Ich werde auf jeden Fall eine Essenspause nach Mission 6 oder 7 wahrscheinlich machen müssen. Dunkle Saat. Eine seltsame Sch***. Und gegebenenfalls muss ich zwischendurch einmal an die Tür gehen. Aber ich habe noch keine Post bekommen, also noch keine Mail bekommen, dass heute das Paket ankommt. Aber falls es kommt, muss ich mich darum kümmern, weil da sind Lebensmittel drin. Anerjagoa, danke fürs Abo für 5 Monate. Ja, das kann schnell gehen. So, ich muss mich hier kurz reinfinden. Okay, es ist nicht wirklich Raum für noch ein, äh, mehr Planierer und Bauarbeiter. Aber zumindest ein kleines Wohnhaus können wir mal bauen. Dank Ubo lohnt sich das ja. Hi, willkommen zum Stream. So, die beiden kleinen Töre machen wir auch weg. Oh, wir haben sogar einen Jäger in der Mission, das sollten wir auf jeden Fall ausnutzen. Tendenziell würde ich sagen, hier unten. Wie viele Schmiede haben wir zum Start? Äh, einen. Okay, dann brauchen wir halt gleich wieder einen Hammer frei machen oder wir machen erst eine Werkzeugschmiede. So, das Gebiet da unten sollten wir aber auf jeden Fall schon mal relativ früh erschließen. Auf der Grundlage, dass, äh, dort Gold ist. Dann bauen wir auch schon mal das zweite Sägewerk und setzen ein paar Wanderholzfäller. Pass auf da und dann hier. Gibt es da Schäfel? Fragt für einen Freund. Ich habe die Schäfelminenbelohnung sowieso erstmal noch deaktiviert. Ich muss jetzt mir sowieso jetzt angewöhnen, dass, äh, ich die Belohnungen immer nur dann aktiviere. Also auch wenn auch das passende Spiel gespielt wird. Weil ich glaube, sonst ist die Liste einfach zu lang und verwirrend, weil die ist ja auch nicht gerade übersichtlich gestaltet von Twitch. Deshalb, dass halt die Minecraft-Belohnungen nicht, äh, verfügbar sind, wenn, äh, Siedler gestreamt wird oder umgekehrt. Hi Ties, willkommen zum Stream. Ich bin gerade doch überrascht, dass ich doch relativ früh streame, wie, wie jetzt schon wieder los ist. Okay, wir haben glaube ich auch gleich keine, äh, keine Äxte mehr. Äh, wir haben Golderz, genau, das ist für die Zielobjekte, die wir bauen sollen. Aber wir haben keinen, wir haben keinen, äh, Dings. Wir haben keinen, kein Holz und, äh, keine Kohle und kein Eisen. Zwölf Vasen oder so, genau. Ist aber tatsächlich egal, wo man die baut. Das habe ich letztens tatsächlich noch festgestellt, als, äh, ich bei Maurice im Stream war. Und er die Mission da gerade gespielt hat. Da habe ich extra sogar noch im Skript nachgeschaut. So, es fehlt eine Axt, das ist okay. So, für Stein müsste damit gesorgt sein. Wie viele Bergmänner haben wir? Zwei. Wir haben noch eine Spitzhacke. Äh, so viel Stein haben wir nicht. Glaub ich, dass sich das lohnt. Ja, unten im Berg gibt es, glaube ich, sogar Schwefe, wie wir damals festgestellt haben. Oben rechts im Berg ist ein Stein vorkommend, genau. So ist es. So, wir brauchen eine Kohle-Mine, wir brauchen eine Eisen-Mine. Das Eisen ist kein Problem, weil wir jetzt, weil wir einen Jäger haben. Wir haben auch ein bisschen Fisch zum Start, wir haben aber kein, äh, kein Brot. Was stehst du so dumm rum? Du sollst arbeiten. So ein mittleres Wohnhaus wäre jetzt aber langsam auch mal gut. Ich brauche schon wieder viel zu viel gleichzeitig, aber es ist ja nicht so, als wäre die Mission schwer. Okay, wow, jetzt war ich mit der Kamera ein bisschen zweit links und dann sind wir auf das dunkle Land gekommen. Ach ja, was ich vielleicht erwähnen sollte, bevor Leute in den Kommentaren total eskalieren. Ich werde nicht den Tempeltrick einsetzen, weil das das dunkle Fall komplett trivialisiert. Also wir werden, gegebenenfalls auch irgendwie eine Pilzfarbe mit dem Abkürzungszauber zerstören, aber ich werde damit jetzt nicht den kompletten Pilzfarbe-Grind skippen. Wir werden schon Gärtner einsetzen. Wir machen das hier schön ordentlich. Oh, doch mal die Mühle zuerst, vielleicht wird dann die Getreide fangen zuerst fertig. Nein, das spätere Gebäude wird ja immer zuerst fertig. Das Gebäude, das danach in der Kette kommt. Mission 4, ja, Mission 4 habe ich vorhin extra nochmal geguckt, wie der Missionsguide war. Der ist ja tatsächlich gar nicht mal so lang. Da wollte ich auch wissen, ob es vielleicht nochmal gucken, ob es da eine Alternative gibt, aber es gibt kein Gold am Anfang. Also man kann nicht sagen, wir machen das nur mit Priestern, so cool es auch wäre. So, da fehlt nur das Holz. Hier ist auch voll beliefert, das ist okay. Das heißt, wir nehmen die Mühle als nächstes. Haben hier das Wasserwerk und dann bauen wir gleich die Bäcker rein. Auf jeden Fall auch eine Eisenschmerze schon mal. Das ist auch versorgt. Bin mal tatsächlich gespannt, wie wir bei der veganen Challenge weitermachen oder ob wir mit der weitermachen oder mit einer anderen Challenge. Aber selbst wenn wir eine andere Challenge machen, würde ich tendenziell trotzdem erstmal das mit dieser Kampagne machen, statt die drei Völker. Weil ich ein bisschen die Abwechslung brauche. Wir haben jetzt in den letzten Wochen zweimal die drei Völker-Kampagne durchgespielt. Was die Leute ja zu interessieren scheint, ist ja die Idee nur Hauptmänner. Wobei das nicht spielbar sein wird alleine. Aber ich habe da eine potenzielle Lösung, die ganz interessant sein könnte. Nur ich habe dann versucht, damit eigentlich dann zu warten, bis man doch mit Ubo da ein bisschen was machen kann. Hauptmänner könnte man tatsächlich noch buffen, zumindest von ihren normalen Stats. Aber die anderen Sachen nicht unbedingt. So, du. Du machst dich mal hier oben. Du machst dich hier. So, und dann brauchen wir gleich noch noch mehr Äxte. Aber das sollte ja gleich alles kein Thema sein. Ich denke mal, ganz ehrlich, zwei Getreidefarben werden reichen. Ich kann ja schon mal arrangieren, dass der Rest mit Fisch gelöst wird. Oh, ein Zieler wägt. Alles außer eine Vase. Oh, jetzt bist du aber gemein. Eine Standarte hier an den Fluss. Die passt da so schön hin. So, eine Werkzeugschmiede bitte. Dass du statt Türen nur Burgen oder so bauen darfst. Ja, Burgen wären dann halt primär dazu da, dass du dein Land schützt. Und wahrscheinlich müsste man dann viel mit Pionieren arbeiten. Wobei das in S4, weil die Pioniere ja so teuer sind, halt auch nochmal echt fies wäre. Und Burgen kannst du ja auch nicht überall hinsetzen. Ja, man könnte natürlich auch so eine Ultra-Challenge machen, wo alle Regeln gleichzeitig gelten. Aber das wäre, glaube ich, ein bisschen sehr fies. Bau kein Gebäude und versuch zu gewinnen. Nur gestohlene Waren war ja auch ein Vorschlag. Aber das kriegst du mit, erst mal, das Problem da ist, zum einen, du kriegst deine Startwaren nicht getrennt. Also die musst du nutzen. Und zum anderen kannst du halt die gegen die KI nicht zu ihrem eigentlichen Zweck einsetzen. So, Datenstarte bei dem Sanderdweiler. Du meinst hier die. Okay. Okay. Die kostet ja auch einfach 5 Gold. Das ist so fies. So, da oben ist Stein. Nehmen das Grab beim Aussichtsturm. Boah, Leute. Wir haben ja ein bisschen Gold zum Start, aber das ist eigentlich für die Vasen vorgesehen. Die, glaube ich, auch genau deswegen genau ein Gold kosten. Eigentlich ist mein Name Hase. So, wir benötigen. Nun ist es noch mal zwei Äxte. Wir benötigen ein paar Spitzhacken. Wir benötigen einen Hammer. Dann brauchen wir eine Waffenschmiede. Anknämen den Fischer, dass er auch mal Pause machen kann. Leute, 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 Leute. Neben dem hier? Oder hier oben? Wir haben zwei Fischer. Jetzt gerade legt ihr es aber auch drauf an, dass ihr mich hier unterbrecht. Wir bauen mal einen großen Turm dahin. Dann haben wir hier später die Kaserne. Ne, die Kaserne passt hier noch gar nicht hin. Hier passt die Kaserne hin. Okay, ja, die darf ruhig ein bisschen weiter weg sein und dann machen wir da auch ein Lazarett hin. Aber das kann noch gerade warten. Wir benötigen Pios. Und im Idealfall auch einen Priester. Haben wir noch irgendwo in Kohle vorkommen? Ja. Hier. Also ganz ohne Gold fände ich ein bisschen langweilig von der Spielweise. Die Mauer. Meinst du den Grabstein? Das Ding? Oder hier das. Das neben der Vase. Das ist hier. Also Level 1 ist es glaube ich gar nicht, weil die KI selber nicht so wirklich das Zeug nutzt. Sie produziert ja komplett wild. Das wäre glaube ich auch machbar. Zumindest solange ich Gold noch in Kampfkraft investieren darf. Was mir wichtig wäre einfach, weil es sonst glaube ich, wie gesagt, ein bisschen langweilig wird. Ich habe die Kaserne jetzt ein bisschen früh gebaut. Ihr lauft. Das ist sehr gut. Aber wir haben zu wenig Träger. Ich habe den Grabstein neben die Goldschmelze. Jetzt wird es aber viel. So, die Kaserne ist soweit. Nicht, dass uns das was bringt. Erstmal bitte den, äh... Das Haus. Wir haben echt Siedlermangel gerade. Sind noch irgendwo... Da sind noch Häschen. Nur Level 1 Soldaten. Nur Level 1 Soldaten würde ich aber auch wahrscheinlich nur machen, wenn ich noch wenigstens den Beförderungstauber von den Mayas einsetzen darf. Weil die sonst einfach fast nichts an Magie haben. Weil Gold hat ja bei denen dann auch nur begrenzten Wert. Das heißt, Holz zu Gold ist sinnlos. Fruchtbarkeit ist nutzlos. So, direkte Kampfzauber haben sie nicht wirklich. Also zumindest aufwerten würde ich schon noch machen wollen. So, machen wir noch ein paar kleine Wohnhäuser. So. Die liegen sogar voll. Die liegen beide voll. Ich muss ja sagen, viele denken, dass mit der Vegan-Challenge, dass dann Dark 6 so schwer wird. Aber ganz ehrlich, ich mache mir mehr Sorgen um Mission 3. Weil die auch nicht gerade großzügig mit Rohstoffen ist. Gegen das dunkle Volk, was theoretisch unbegrenzt produzieren kann. Und selbst wenn ich dann den Tempeltrick einsetzen wollte, könnte ich nicht, weil kein Honig. Bringt ihr bitte jetzt mal den Namen Rolfs. Ja. Hallo. Bringt mal bitte den Stein darüber. Was macht ihr? Weil es ist ja nett, dass ihr euch jetzt um die Kleinhäuser auch kümmert. Aber ich brauche die Siedler. Und zwar jetzt. Okay, Blau hat auch angefangen zu produzieren. Sie ist auch schon so schwer, wenn man nicht gut im Game ist. Also das ist eine Mission, die ich glaube, da habe ich bis jetzt einmal in meinem Leben verloren, weil ich glaube, ich einmal angegriffen wurde vom dunklen Volk. Ansonsten lässt sich das dunklen Volk da ja komplett in Ruhe. Und es gibt ja auch keine Schamanen. Also ich glaube, das dunklen Volk hat auch gar keinen Grund, dich anzugreifen. So, finde ich keine Bäume mehr. Ähm, hier oben. Ähm, hier oben. Du suchst hier. Bäh. Hallo. Hier. So, die sind durch. Wo sind meine Pios? Ihr geht da hin. Hier ist auch noch ein Kohle-Vorkommen, das wir nutzen können. Nahrungsmittel technisch liegen wir voll. Also wir hätten nicht mal so übertreiben müssen. Äh, wir machen mal gerade ein paar L1 Seiten, damit die KI nicht auf Ideen kommt. Wenn jetzt die Häuser fertig werden, sollte das ja auch kein Problem sein. So, wir brauchen mehr, wir brauchen mehr Planierung und Bauarbeiter, theoretisch. Ah, es ist schon schön, wenn die kleinen Häuser die Siedler so schnell rausgeben. Eiwarn schon sehr tief im Fliedsammangel. Wie man sieht, jetzt kommen die Siedler immer noch raus und gehen sofort an die Arbeit. So, der kleine Turm kann weg. Ja, einfache Challenges und zwar nur kleine Türme. Ja, das wäre kein Thema. Ich sag mal so, ich glaub von der Bogenschützendichte sind kleine Türme ja sogar am besten. So, das läuft. Na, baut mal bitte die Steinmine. Weil der hat, findet gleich nichts mehr hier. Wobei da ein Stein ist, den wir auf jeden Fall gleich noch erobern sollten. So, Gold. Wir brauchen noch mehr Gold. Bei kleinen kommen die schnell raus. Ähm, mit Ubo, ja. Das ist eine Ubo-Änderung, die wir gemacht haben, damit kleine Häuser halt auch so eine Nische haben. Und die Römer kriegen halt drei zusätzliche Siedler da rein, weil deren kleinen Häuser so teuer sind. Ich glaub, die Trojane kriegen einen. Und die Verzögerung zwischen den einzelnen Siedlern ist kürzer. Also, damit eben die kleinen Häuser das sind, was du im Siedlermangel bauen möchtest. So, ich warte mal gerade noch mit den zusätzlichen, ähm, mit den Goldsoldaten. So, ihr geht hierhin, erobert bitte das, die Felsformation da. Wir brauchen noch mal gerade schon mal die zusätzlichen Minen. Ach, da ist ja sogar noch mehr. Also, an Kohle mangelt es hier eigentlich nicht. So, bauen sie die Ziehobjekte dann, sagen wir mal, zu Ende. Dazu kommen sie irgendwie noch nicht so richtig. Selbst das Golderz haben sie noch nicht mal komplett alles weggeschleppt. So, du kümmern sich da noch mal ein bisschen um Fleisch. Ich weiß gar nicht, wie viel Kampfkraft die KI hat. Ich meine, so viel ist es ja in diesen ersten Missionen normalerweise nicht. Anders als später, wo du im Prinzip immer auf einer Metzlkarte bist und die KI dann irgendwie 150 Kampfkraft hat. So, jetzt liegen auch nicht mal die, äh, Sachen voll. Die Sägewerke. So, die Standarte wartet noch. Das hier ist aber fertig. Da fehlt noch ein Gold. Da fehlt noch zwei Gold. Der Reiter ist fertig. Jetzt steht die, ja, die Steinmine steht, okay. Das heißt, Stein ist dann jetzt auch gesichert. Mussten die Vasen nicht am See sein. Es ist tatsächlich, ja, es wird gesagt, dass die an den See müssen, aber es ist tatsächlich voll egal. Raten, dass er heute schon wach ist. Hi, Creative. Ja, ich habe den Stream auch extra früh gestartet, damit ich hoffentlich vielleicht noch vor Mitternacht fertig werde. So, ihr kommt da rüber. Ebenfalls lohnt sich noch ein Jäger irgendwo hier. Warum die ganzen Tiere, die hier rumlaufen? Die sind Leber auch gefährlich. Du hast eben nicht so früh geschaut, damit ich mich hoffentlich nicht ertragen muss. Das würde ich doch nie tun. Was denkst du denn von mir? So, wir brauchen auf jeden Fall ein Waffen- und Goldlager. Wir brauchen ein Lager für Stein und Holz. Weil gerade, wenn unsere einzige Steinquelle dann dieses Lager da, äh, diese Mine da ist, dann wird es sonst sehr eng. Lazarett können wir auch mal zu Ende bauen. Oh, hier muss ich, Florian, du erinnerst mich gerade an eine Lateinlehrerin von uns, die uns tatsächlich auch auf Lateinisch begrüßt hat. Das ist übrigens die Einzige, die das gemacht hat. Und ich glaube, ich hatte vier Lateinlehrer in meiner Zeit. Das Ding ist, der erste war halt einfach viel zu nett. Da habe ich nicht gelernt. so na Ja, das entlernst du nicht, also bist du davon, würde ich das ja aber möglichst kaputt sein, dass da was irgendwie, ja, dank dir gescheitert ist. Das habe ich nicht gesagt, aber ja, da kam halt auch nichts, also wenn du da nichts gemacht hast, war das halt nicht sein Problem. Und die Lücken habe ich leider nie aufgeholt, deswegen habe ich auch mein Latinum nicht beendet. Ich bereue auch bis heute, dass ich nicht Französisch genommen habe, weil eine lebende Sprache wäre mir wahrscheinlich leichter gefallen. Nehmen wir die Liste aus dem Buch auswendiger, das ist eher so eine Sache. So, Kampfkrafttechnisch, die Wassernymphen ist überaus erfreut, wo, hier, ja stimmt, Gold und Eisen. Also das ist ja, das lohnt sich ja total tatsächlich in der Mission. Ein Torbogen. Im Erinnerung, das war jetzt bei den zwei Getreidefarmen. Ja, passt da sogar sehr gut hin. Bin mir jetzt halt froh, nicht Französisch zu haben. Doch, die Sprache bringt dir wenigstens was, wenn du mal irgendwie verreist. Latein, was willst du mit Latein? Das sinnvollste an Latein ist wahrscheinlich noch, dass du dir Spieletitel ausdenken kannst, lateinische, die halt auch korrektes Latein verwenden und nicht dieses Pseudo-Latein. Was selber schon unter Umständen sehr peinlich sein könnte. So, wir machen mal kurz noch das Set komplett, da wir ja jetzt so viel Gold haben. Und wir bauen einen großen Tempel. Ob wir später Mana anbauen, weiß ich noch nicht. Ich glaube, so weit kommt es nicht. Äh, war hier in dem Gebirge irgendwas? Ich glaube nicht, oder? So, 87% Kampfkraft. Wir können gleich 30 L3 herauspushen, das ist nicht das Problem. Gegebenenfalls auch ein paar Sannis. Ja, also mir wurde mal gesagt, das ist tatsächlich, äh, dass die Franzosen es nicht so gerne haben, wenn man da reist und dann versucht sich mit Englisch durchzuschlagen. Also mir wurde gesagt, die sind sehr hilfsbereit, wenn sie merken, du versuchst, mit ihnen Französisch zu sprechen und dann, dann helfen sie auch gerne irgendwie auf Englisch oder so weiter, wenn sie es, je nachdem, wie sie es können. Aber wenn du es halt gar nicht erst versuchst, das, äh, wurde mir gesagt, das nehmen sie dir übel. Weiß aber natürlich nicht, ob das stimmt. Ich will dann einfach nicht, lass halt einfach nicht hingehen. Nee, was es einem bringt. Also bei Sprachen finde ich, also bei lebenden Sprachen finde ich, bringt es, also klar, ich habe auch, ich habe mich immer gefragt, was bringt mir Englisch? Ich gehe ja nicht nach England, aber gut, ich hatte auch einfach, äh, nach dem Fall die Probleme mit Englisch. So, 98% Kampfkraft. Das ist die Grundlage für die Hälfte aller europäischen Staaten. Ja, aber, ich sage mal, so viele, muss man, also, muss das dann unbedingt die komplette zweite Fremdsprache sein? Also, wenn man wirklich eine Grundlage für ein Studium legen will, dass man zumindest mal die Begrifflichkeiten ein bisschen durch hat. Also, das muss, finde ich, kein vollwertiges Fach sein. Ich glaube, Latein als zweite Fremdsprache zählt ja dann auch als Hauptfach. Und hast du es fünf Stunden. Ich habe auch gehört, dass es dort einen höheren Prozent an Einwohnern gibt, die sich weigern, Englisch mit Ausländern zu sprechen. So, ich glaube, wir können gleich schon angreifen, dass wir hier gar nicht zu lange rumeiern. Wir haben voll den Nahrungsüberschuss. Das ist so ungewohnt nach der veganen Challenge. Englisch bringt einem was fürs Internet, also zum Fall spricht einem etwas, was in der Schule hat, auch etwas. Ja, aber ich habe den Großteil meines Englisch auch nicht in der Schule gelernt, sondern aus dem Internet und aus Serien. Weil das, was mir geholfen hat, war letztendlich dann Star Trek auf Englisch zu schauen mit deutschen Untertiteln und dadurch ein Gefühl, die für die Sprache zu entwickeln. Und dann war ich auch in Englisch gut in der Schule, zumindest solange ich so Sachen wie Hausaufgaben erledigt habe, wo ich dann irgendwann aber halt in der Oberstufe, ganz ehrlich, ich hätte viel mehr Punkte in Englisch schwulen können. Ich glaube, ich hatte am Ende eine Drei. Weil ich halt in den Klassenarbeiten und den Klausuren habe, war ich halt immer gut. Aber ich habe halt mündlich, beziehungsweise gerade auch, weil ich selten Hausaufgaben gemacht habe da, weil ich mir die ganze Zeit gedacht habe, ja, ich kann es doch eh. Meine Englischlehrerin in der Oberstufe war echt total beeindruckt mit mir. Ich glaube, die wird auch geflucht haben wie sonst was, dass ich das nicht nutze. Das hier ist auch das seltsamste Gebirge überhaupt. Warum? Ich glaube, wir machen einfach mal fünf Gärtner. Einfach nur, weil wir es können. So, ich habe meine fünf Sannis. Die werden dann Gruppe 2. Und seltsam, schläfe ich noch sofort. Jedes Gebirge hochwert. So, 100% Kampfkraft. Das große Brunhose wird noch gebaut. Let's go. In deinem Discord-Server wurdest du gerade übrigens gefragt, warum du Ping anstimmst für deinem Server hast du noch eh immer, dass everyone pingst bei einem Stream. Na, bei einem Stream pinge ich auch everyone. Das habe ich aber auch vor den ursprünglichen Ping-Einstellungen eingerichtet. Und ich sehe es nicht wirklich ein, das zu ändern. Also Stream ist ja eigentlich etwas, wo man Aufmerksamkeit wirklich draufziehen will. Wobei everyone halt auch nutzlos ist, weil das die meisten Leute halt eh dann unterdrücken. Also ich unterdrücke jetzt auch bei fast jedem Server. Ich könnte natürlich gucken, dass ich vielleicht trotzdem halt die anderen Sachen vielleicht reinpacke. Ich kann es halt nicht, weil ich es irgendwo zentral einrichten muss, ich kann es halt nicht speziell für das Spiel machen. Aber ich kann zumindest halt Ultragang wahrscheinlich reinsetzen, dass die auf jeden Fall den Pin kriegen, auch wenn sie es unterdrückt haben. Das hat aber auch so viele Leute unterdrücken. Aber was soll ich denn sonst machen? Ich kann ja auch nicht mehr Ping-Einstellungen machen. Ich finde auch ehrlich gesagt die Ping-Einstellungen nicht mehr so gut, weil da musst du die Leute gezielt hinschicken. Und im Moment verzeih ich ja schon daran, die Leute zum Watt-Kanal zu bringen. Ah, wie nett. Er teleportiert meine Leute irgendwo in die Kampfer. Haben wir ansonsten ziemlich Verlustfrei bis jetzt. Das Problem ist, vielleicht der letzte aus einer Gruppe rauszunehmen, ist total nervig. Sag doch, lass uns hier mal was Neues machen. Seit wann sagst du das denn? Du bist doch die halbe Community. Schade, dass die großen Termine den Übergang nicht wirklich schützen. Ja, dafür ist die Reichweite von den Turmen einfach viel zu gering. Da wäre es halt nützlich, wenn du wie ein Age sagen könntest. Hier, dieses Gebäude ist speziell. Das hat eine höhere Reichweite oder einen höheren Bonus für Schaden. Und das verletzt auch so ein bisschen die Regeln, aber es wäre für den Map-Macher wesentlich einfacher so. Mist, hier ist das Öl, ist verletzte Gleichbleuten mit Rot. Das ist aber fies. Das ist aber fies. Ich bin lieber ein verletzte Zimmer. Ich bin hier nur quasi tot. Nee, ich glaube, das skaliert irgendwie auch so ein bisschen mit einem bestimmten Durchschnitt, glaube ich. Also ich glaube, das variiert auch so ein bisschen, wie die Gesamtarmee aussieht, wo dieser Cut-Off ist. Wisst ihr, was früher schlimm war, wenn irgendwie aus irgendeinem Grund entweder ein neuer PC war oder ich sonst irgendwie meinen PC neu aufsetzen musste wegen irgendwas und dann immer meinen Fortschritt in Siegler verloren ging und ich immer irgendwie gerade Mission 1 der dunklen Vollkampagne geschafft habe? Oder auch die Drei-Völker-Kampagne oder bei den Trojanern und dann immer von vorne anfangen musste? Das war immer super schön. So, aber die Mission ist jetzt auch durch. Ich bin mir gerade tatsächlich nicht sicher, wie die Siegbedingungen bei Mission 2 war. Ob man das dunkle Volk oder die Majas, einen von beiden, musste man gar nicht besiegen. Ach, hier ist ja auch noch. Jetzt ist so ein Moment, wo man sich wünscht, T4-Soldaten ausbilden zu können. So, wir holen uns aber erstmal den großen Turm da. So, wir holen uns doch mal. Das war's für heute. So, ihr geht rüber. Ah, Sanitäter sind schon cool. Hast du gerade angeklickt, dass es LGL-4er-Soldaten geben wird? Ähm, nein. Aber ich glaube, tatsächlich mit dem neuen Rekrutierungssystem wäre es grundsätzlich einfacher, wenn man irgendwann sagen würde, man macht L-4-Soldaten. Entweder halt für alle Völker oder nur für ein Volk. Und es würde sich besser in die bestehende Rekrutierung einfügen. Wobei gut, das würde auch in Siedler-3 gehen. Theodisch in Siedler-4, wenn man sagt, man nimmt drei Gold machen. Aber da wird es dann ein bisschen schwierig, weil die Kasernen ja auch nur einen Slot dafür haben. Für Gold. Das würde das dann natürlich ein bisschen bottlenecken. Das Sanitäter nur 75%. Nee, das ist, das ist eine Lüge. Oder zumindest nicht, ich weiß nicht, ob es vielleicht früher mal so war. Die Patch-Nodes sind ja leider auch nie vollständig gewesen. So, wir müssen jetzt mal gerade mal die Waffenproduktion zerstören, dass die... ...dass sie ja langsam mal ein Ende findet. So, wir müssen uns jetzt mal wieder auf die Waffenproduktion zerstören, wenn man das nicht verhältst. Also, wir müssen uns in der Waffenproduktion zerstören, dass die Waffen-2-3-4-4-4-5-5-5-5-5-5-5-5-6-5. Also, wenn es das ist, dass die Waffen-2-4-5-5-5-5, wenn man das nicht verhältst. Also, wir müssen uns die Waffen-2-4-5-5-5-5-5-5-6-6-5-6-6-5-5-6-6-6-6-5-6-6-0-0. Also, wir müssen uns eben auf die Waffen-2-5-6-6-6-5-6-6-6-6-7-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-7-6-8. So, ihr geht da hin. Ihr kommt hier hin. So, Kaserne zerstört. Ach, die oben sind ja auch noch. Die sind aber auf der falschen Seite vom Wasser. Ich muss ja sagen, was ich gestern lustig fand, als Maurice auf das zweite Entwicklertagebuch reagiert hat. Er sagt, dass da halt irgendwie in den einen Nebensatz mit dem Feuerholzfäller, dass da direkt Brennholz schon reininterpretiert wurde als potenzielles neues Feature. Was willst du dagegen tun, wenn ich deine Worte so in Kontextreize und versuche klar zu hören, dass du L4er versprochen hast? Ich habe den kompletten Bot. Was? Jetzt würde die Massen nicht interessieren. Die sehen ja nur Kreatives und Apropaganda. Dann haben die Massen Pech. Pech als neue Ressource. Wäre an sich gar nicht mal so uncool, oder? Du wirst jetzt ja nicht, was man damit machen will. Und ich meine, ob das nicht auch... Ich meine, ich glaube, tendenziell würde Pech ja auch wahrscheinlich Schwefel den Use Case abgraben. Ich meine, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich habe die Massen. Da kann man spekulieren, dass es auch ein Glückswerd oder eine Glücksmache geben wird. Was? So, Abschlussfeuerwerk. Da kam ich gestern noch drauf. Das ist ja eigentlich ziemlich brutal und gewaltverherrlichend hier mit den armen Zivilisten. Weil klar, die sind während des Krieges geschützt. Aber am Ende wird ja schon impliziert, dass die dann doch alle abgemetzelt werden. Die sind hier, damit sie ausdrüben, hatten ja auch so eine Mischung aus Schwerverwendung. Ja, griechisches Feuer ist ja auch so eine Sache, ja. Ich finde es bei griechischem Feuer halt so krass, dass bis heute niemand so genau weiß, wie das funktioniert hat. Dass das so ein gut gehütetes Geheimnis war. So, pass auf. Ich weiß überhaupt nicht, wie der Anfang hier ist. Wir brauchen auf jeden Fall Wanderholzweller. Der Turm hier ist halt sehr cool platziert. Wir haben keine Geologen, ne? Wir haben keine Geologen zum Start. Danke, Spiel. Sehr freundlich. Die sterben nicht, die werden zu uns fast gehabt. Das ist uns auch nicht besser. Wisst ihr schon, wie was bei HGLG mit Schiffen aussieht? Ähm. Schiffe sind ein kompliziertes Thema. Ich hätte Ideen, wie man Schifffahrt einigermaßen cool integriert, dass es sich auch nicht so wie ein Fremdkörper anfühlt, wie es ein S3 und S4 war. Aber ich glaube, das könnte zu viel Death-Time erfordern. Aber auf der anderen Seite würde ich halt das Spiel auch ungern komplett ohne Schifffahrt rausgeben. Weil das halt auch bedeutet, du kannst keine Missionen machen, wo es halt mehr als eine Landmasse gibt. Kann man eigentlich die Bäume, die auf den Bergen sind, im Editor entfernen? Ja, könnte man schon, wenn man wollte. Ich glaube, Schifffahrt ist so, das wird wahrscheinlich so eine Sache sein, wo wir gucken müssen, wie es, äh, wie es aussieht, wenn, äh, wenn halt ein bisschen mehr steht und wir einschätzen können, wie viel Aufwand das ist und wie schnell alles vorangeht. Wikinger-Fischer-Only-Bild. Watt? 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 Warum ist der, warum muss der Fluss genau hier sein? Warum kann er nicht irgendwo an einer sinnvollen Stelle sein? Ich sehe auch gerade, ich habe gar kein, äh, gar kein Sägewerk. Das sollte ich vielleicht mal gerade ändern. Wenn wir einen Goldblatt erfischen und dann noch Stein zu... Ja gut, stimmt. Und Kohle-Reifel-Kohl. Ja, das würde sogar fast gehen, wenn man das so machen will. Braucht keine Bienen mehr. Zumindest im kleinen Stil. Habe ich, ich meine, ich habe vorhin einen Jäger gesehen, habe ich auch zwei Schmiede direkt am Anfang. Ich habe zumindest schon mal vier Bergmänner. Und ich habe zwei Schmiede. Okay, ich brauche keinen weiteren Hammer. Wieso ist hier Schwefel? Bluebeid. Das kannst du nicht bringen. Ich glaube, die Karte hier war auch zum Teil echt fies mit Bodenschätzen. Auch noch ein Wohnhaus. Doch, die Nachricht habe ich gesehen. Das ist nicht das Problem. Habe ich da Schwefel gehört? Yikes. So, wir machen einmal den hier. Ich hätte hier oben halt gerne die Schwerindustrie. Wobei ich hier wahrscheinlich besser wäre. Hier wäre auch so perfekt für Wein. Muss ich direkt weinen, dass ich das nicht machen kann wahrscheinlich. Schönen, dass ich da einfach Tür einbauen, der das Wasser gefrieren kann. Da wird niemand anderes drauf kommen. So, wenn ich Glück habe, dürfte ich mich eigentlich die Mayas nicht angreifen, solange ich keine Pilze haben zerstöre. Nur zwei sind ja der Trigger. Und ich glaube, das dunkle Volk. Ich weiß nicht, wie aggressiv das ist. So, du reißt die hier weg. Pass auf, ich setze die hier. Weil das ist einfach zu schön hier. Das muss sein. Dann mache ich hier irgendwo ein Werkzeuglager hin. Warte, ich habe einen Bogen und ich habe einen Jäger so. Das ist aber auch doppelt. Ich meine, das soll mir recht sein grundsätzlich, aber... Das ist ein bisschen so, als wollte das Spiel nicht, dass ich eine Fleischproduktion aufbaue. Also, das istore ich mich voll. Okay. Das war diese Kampagne nicht vegan zu spielen. Wenn wir die vegan-Challenge fortsetzen, wäre das ja der nächste Schritt, aber ich möchte trotzdem erstmal ein normales Longplay haben von der Kampagne. Wollen wir die Longplays auch erstaunlich gut ankommen auf dem Ghostkanal? Da könnte man glatt mal überlegen, ob man generell mal von Spielen, also auch irgendwie von Age of Empires oder so, sich da mal dransetzt. Und bei den alten Missionen ist halt das Problem, dass das Bildmaterial, was ich habe, halt noch ganz alt ist. VHD-Patch und solchen Geschichten. Jetzt wirklich das Longplay ist, die keinen S4 sind, geguckt werden. Also Age of Empires könnte ich mir sogar fast irgendwie vorstellen. Wo ich mal gucken muss, inwieweit es da deutschen Content gibt. Sie ist eine bis ein Sklave, das ist die Sklave-Community. Mhm. Merke ich immer wieder. Wie war das? Freiheit ist Sklaverei. Das war 1984, oder? Ah, das ist so schlimm hier. Das ist einfach mal somatisch ausgedrückt eine falsche Aussage. Hey, darauf basiert immerhin der komplette Plot von Deus Ex. Dass das die Haltung der Illuminaten ist. Das war eine ernst gemeinte Frage. Wo ist Gold? Ah, so viel Sumpf, den man noch irgendwie trockenlegen könnte. Als Römer. Sehr schön. Ob wir das je brauchen werden, ist halt die Frage. Sollen wir es nicht anrechnen, dass wir den wieder zurücksetzen? Jeder Wikipedia-Artikel hat einen bloß, dann versucht sich selbst zu vervollständigen, das bin jetzt eigentlich der Wikipedia-Artikel-Siedler-4. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, klingt vielleicht ein bisschen arrogant, aber ich finde inzwischen, das ist eigentlich schon fast ein Verbrechen, dass ich nicht auf dem Siedler-Wikipedia-Eintrag erwähnt werde. So, da haben wir Gold. Sogar gar nicht mal wenig. Bäckerei ist natürlich wieder zuerst fertig. Kennt man ja. Ich sehe schon, S3 hat ja gerade angerufen, die wollen ihren Sumpf zurückhaben. Das ist in S3 begehbaren Sumpf. Das war auch so ein komischer Moment, als ich das erfahren habe. Das war, ich habe mich auf der Siedler-Lahn erfahren, weil wir da die Map, die wir da gespielt haben, hatte das. Was haben sich die Entwickler denn da gedacht, was da der Use-Case sein soll? Ich meine, offensichtlich hat er einen, weil es halt nice ist, um den Asiaten halt einen Ort für ihren Reis zu geben, ohne dass es für die anderen Völker ein komplett sinnloser Ort ist, weil sie es mir jetzt drauf bauen können. Wollen wir früh auf Mana gehen? Statt der Veganschall wären eigentlich noch die Nahrungsvergiftungs-Challenge gewesen. Nur falsche Nahrung an Minen liefern, macht auch Kohle sehr schwer zu versorgen. Wäre gut, aber Fisch kann ich ja dann für Kohle und für Eisen nehmen. Und dann Brot für Gold. Bei Begeberesumpf war ich ja noch auf Bord, aber Bebaubaresumpf. Ja, der ist auch voll bebaubar. Anders als Strand, das fand ich auch so komisch. Dass du halt diese Strandstreifen hattest, damit du nicht drüber bauen konntest zum Gegner. Äh, komm, liefert da bitte schon mal Brot hin. Seid so gut. Das hier wird gerade zu Ende gebaut, sehr gut. Der Baum kann weg. Du findest keine Bäume mehr, dann sperr mal die Euklein auf. Ich habe einen Termin, wo ich früh aufstehen musste. Zwölf Uhr ist früh, jetzt muss ich denn jetzt los. Na dann, viel Glück. Ich hatte gestern einen Termin, wo ich früh aufstehen musste. Eine Entzündung, dann muss ich auch noch so sein. Die Entzündung, die Entzündung und die Entzündung ist für schöne Musik. Ich habe auch so gesehen, die Entzündung und sie hat die Entzündung mehr, als du, wirst du auch noch mal oder der Entzündung So, wir werden ein bisschen in den Holzmangel jetzt gehen, aber hoffentlich pendelt sich das gleich ein. Wo ich vielleicht nicht auf dem saftigen Goldsport hätte eine doppelte Goldmine gebaut. Ja, kann man auch machen. Kann man auch machen. Ja, das könnte potenziell auch ein halbwegs brauchbarer Goldspot sein. Gegebenenfalls ein bisschen mehr Fisch einplanen. So, wir pausieren nochmal gerade die Waffenschmiede, dass erstmal die Erzeugschmiede prior hat und mal alles produziert, was wir benötigen. Okay. 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 Immer noch mehr Holz. Aber gut, das sollte mit den Äxten sicher jetzt hoffentlich dann geben. So machen wir die Lager. Die Kaserne kann noch warten, hoffentlich. Bis zum nächsten Mal. Die Spieler mochten den Sumpf aus S3 so sehr, dass sie es hier erneuert hergebaut haben. Ja. Sie hat auch mit Schwefel. Ich verstehe beim... Also, sie wollten Stein als Bodenschatz haben. Und selbst wenn wir sagen, aus technischen Gründen kann es nur 5 Bodenschätze geben plus Fisch, dann war die Frage, müssen Edelsteine weichen oder Schwefel? Und bei den Völkern, die sie für S4 gewählt haben, ich verstehe nicht, wie sie Schwefel als der Bodenschatz, der bleibt, wählen konnten. Wir brauchen noch ein paar Pios. So, das steht, das steht. Wenn jetzt noch die Lager stehen, können wir das auch schon mal vorproduzieren. Ihr könnt da schon mal planieren. Die Leute bei Bluebeard waren halt Trolle, die ihrer Zeit voraus waren. Absolut. Wir gehen nochmal ein bisschen weiter raus mit der Grenze. Also, wir gehen nochmal ein bisschen weiter raus mit der Grenze. Ich bin für mich derzeit, dass du ein paar Fragen aufschreibst und dann mit dem Siedler-Interview... Aber Volker Wertig hat an Siedler-4 nicht mitgearbeitet. Also, am ehesten müsste man wahrscheinlich noch Guybrush fragen. Ich bin ambition, was man auch Komm schon Leute, ich gebe mir noch den fünften Pio. Okay, die Gegner haben gerade gut, äh, gut Soldaten, dann sollten wir vielleicht mal ein bisschen was an L1 anproduzieren. Das ist, glaube ich, auch so ein Ding in der Vegan-Challenge, weil das dunkle Volk hat ja immer 100% Kampfkraft. Das heißt, da fällt auch einer unserer Vorteile aus der Drei-Völker-Kampagne weitgehend weg. Ja, Creative, lass dich von mir bloß nicht aufhalten, zu einem wichtigen Termin zu gehen. Kein Ding richtig aus dem Stream ist Creative. Kümmere dich um deine Sachen, mach deine Hausaufgaben, lernen für die Schule. Eine kalte Pizza zum Frühstück vor dem Aufbruch vielleicht. Aber bitte eine Stickstoff-Pizza. So, okay, jetzt können wir auch auf, äh, auf Goldproduktion, äh, auf L3-Produktion gehen. Wir bauen aber auch schon mal irgendwo einen großen Tempel. Und ich würde auch, wäre auch dezent versucht hier, weil das Gold darf in sich ausgehen. Das heißt, da müssen wir auf jeden Fall den einen Zauber mal einsetzen. Den, äh, hier, die Heiser Rohstoffe auffrischen. Das heißt, da müssen wir auch diese neue Game von VoltaRT spielen. Äh, ja. Also, Pioneers of Pagonia. Ich habe auf jeden Fall schon mal zwei Gründe, das zu kaufen. Erstmal aus Respekt gegenüber VoltaRT wertig und zum anderen halt als großer Mittelfinger gegenüber Ubisoft. Weil das Spiel ja genau das sein wird, was Ubisoft nicht machen wollte. Und dann, äh, hier, die Heiser Rohstoffe. Du wirst, dass ich mir meine Sonne zurückkriege, kannst du den Screen-Band, dann hält mich nichts mehr vom Gen ab. Nein! Dezent nicht. Es gibt auch Dinge, die erledigt werden müssen. Komm, Doppelburg. Let's go. Oder mach halt vier Stunden Werbepause. Hey, Chancen stehen gut, dass ich in vier Stunden noch hier bin. Beziehungsweise du pünktlich zur, zu meiner, äh, Abendessenpause zurückkommst. Bei welchen Teilen sind Sie darüber, Volker, noch dabei? Bei eins, drei und halt dem, was euer Allianzen ursprünglich werden sollte, bevor Ubisoft halt gesagt hat, nein, wir machen nicht, äh, kein gutes Spiel, sondern wir machen halt irgendeinen generischen Rotz. So, die Steinmiene bauen wir vielleicht jetzt schon mal vorläufig. Ähm, wo sind die Geologen? Hier. Es gab noch keine Kampfhandlungen zwischen Dunkeln, Volk und, äh, KI. Also zwischen beiden KIs, so rum. Also S3 und S4 sind noch das Gleiche, deswegen hat er noch eine S4 gearbeitet. Mh, mh, mh. Ja, Videospiel-Dokalismus. Wenn, 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 wenn. Gut, man kann ja nicht alle, dass die alle in allen Themen drin stecken, aber es ist zum Teil halt doch sehr oberflächlich. Weil jetzt die Target GameStar hat auch wieder ein Video rausgehauen über die Top 10 alten Star Trek Spiele. Wo ich tatsächlich mal froh war, dass tatsächlich mal The Fallen auf der Liste war. Bin immer froh, wenn das Spiel mal ein bisschen Liebe bekommt. Aber manchmal denke ich mir so, die hätten, ne, ich hab mich ohne Grund so zwei von den Spielen auf der Liste extra in, äh, eine Tiefenanalyse gemacht. S4 ist nicht einfach immer ein DLC von S3, oh, das wäre schön. Wahrscheinlich verhält es sich noch am ehesten wie jetzt das Return of Rome DLC für Age of Empires. Wo sie ja jetzt, äh, Age of Empires 1 praktisch in Age of Empires 2 portiert haben. Wird es so weiter alle zu der Mission schaffen? Ja. Das ist die Idee von einem Longplay, deswegen will ich es auch nicht aufteilen. So, wir produzieren im Moment, äh, im Moment Gold, wie wahr? Dividrieren. War zwei Longplay ist doch besser als eins, aber ein Longplay ist normalerweise ohne Unterbrechung. Wir haben gerade, wie es aktuell mit Projekt HGL geläubt, ähm, wir haben gerade, was heißt gerade, wir haben anfangs woanders ein neues Dev Diary veröffentlicht. Es gab nur ein paar logistische Schwierigkeiten damit, das auf die Homepage auszuliefern. Beide Unterbrechung raus, easy. Ja, ich muss mal gucken, ob ich, wenn ich die Essenspause mache, ob ich die rausschneide. Das wird wahrscheinlich auch ein bisschen drauf ankommen, einmal wie lang die ist. Ich werde die jetzt nicht eine halbe Stunde lang essen. Und was der Chat in der Zeit treibt. So, hier geht noch ein bisschen was mit, äh, mit Wein. Schneide Essenspause nicht raus, sonst nehme ich auf, wie du isst und schneide das dann rein. Du musst es aber selber hochladen. Unter dem Titel Ultimate Spin Dash ist. Sondern nehme auf, wie du isst und schneide das dann rein. Achso, ich soll das auf... Ich habe aber nicht die Mittel, das aufzunehmen. Meine Fresse muss auch nicht in dem Video sein. So, liebe Pios, geht mal da hin. So, der hier kann abgerissen werden. Soll ich mal... Ist das eine Facecam? Ja, ich habe eine Facecam. Aber dann muss ich auch gucken, wie die eingerichtet ist. Das ist hier vom Licht her überhaupt nicht optimiert. Ich habe... Ich meine, ich habe... Das ist hier das Traurige. Mir wurde ein Greenscreen geschenkt. Vor, ich glaube, inzwischen zwei Jahren. Ich habe den bis jetzt nur für Vorstellungsgespräche genutzt, glaube ich. Also, wenn die über... Wenn die über Zoom oder sowas waren. Weil ich halt auch finde, dass halt... Mein Gesicht... Das ist kein Content. Das ist kein Mehrwert für den Content. Keine Bäume mehr. Juhu. Dann kannst du weg. Ähm, wieso wird... Hä? Ich habe doch vorhin eingestellt, dass die Eisenmine Fisch bekommen soll. Das erklärt auch, warum unsere... Unsere Sachen so unterproduzieren. Das klingt ein bisschen falsch jetzt mit... Äh, in dem Kontext. Weiß nicht, ob du das wissen willst. Ja, also. So, wir machen... Wir bereiten einfach mal 30 Schaufeln vor. Wir könnten aber nochmal irgendwo eine Eisenquelle brauchen. Wir haben nur eine einzige. Sollte dann vielleicht verhindern, dass die... Dass die... Dass das Eisen uns ausgeht hier. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Geologen für die ganzen... Bergstriche hier. Den Gesicht hat auf jeden Fall extremes Meme-Potenzial. Ist das gut oder schlecht? Und vor allem... Warum weiß ich nichts von diesen Memes? ify-In-Potenzial. So, wir sorgen einfach mal dafür, dass uns hier nichts ausgeht. Ich glaube, wir kommen nicht um der Fleischproduktion drumherum, auch wenn es nur eine Mine ist, aber die soll halt wenigstens gut durchproduzieren. Mit dem Fisch schaut das gerade irgendwie nicht so gut hin. Steht insgesamt mit Nims in deinem Gesicht? Natürlich zeige ich dir doch nicht gratis. Aber mir wirst du dir diese doch wohl gratis zeigen, oder? Also wenn du schon Geld mit meinem Gesicht verdienst, da erwarte ich wenigstens einen 100% Rabatt. Ich muss jetzt gerade an das Video von Jules denken. Mit dem Mim-Dealer. Ja. 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 Ich bin dezent nicht. Ich will die sehen. Das ist sehr sad, dass es hier nicht mehr... mehr Eisen gibt. Ich wünsche mir gerade wirklich, dass Fisch zu Stein einfach Fisch zu Eisen wird. Ja. Dann wäre das ja alles kein Problem. Was soll ich mit so viel Stein? Hat Bluebyte da etwa Stein und, äh, Stein und Eisen miteinander verwechselt? Schönen. Ah, das was? Ich würde so eine Chance vorزhhuren haben mehr. So... Wie? Ist diese Römer nicht so? you know? Agaven warm das Schombaarn? Mhm, als Römer. Jippiei! Hi Brutli. Willkommen zum Stream. So, Zivi-Set wird gebaut. Schwer-Dimension, nö, nur ein bisschen langwierig. Es gibt halt nirgendwo Eisen außer hier. Ja, bis jetzt an! Guck mal da, Schwefel. Ja, als Trojaner wäre das jetzt cool. Dann könnte ich den Schwefel abbauen und den Eisen verwandeln. Wir spielen ja nie als das Volk, was solche Mapbegebenheiten auch ausnutzen könnte. Mano, komm runter, willkommen zum Stream. Warum baut das niemand? Was ist hier los? Doch, da läuft jemand. Und ich glaube, die wollen zu der Goldmine. Warum auch immer. So, Sum hat einen Sinn. Aha, dass ihr mich damit ärgern könnt, dass ich die Minen bauen muss. Den Sinn hat es. Da beginnt und endet es aber auch schon. Nicht mal den Sinn, weil die Belohnung ist ja weg. Die ist deaktiviert, ja. Wenn wir das nächste Mal Missionsguides aufnehmen, können wir das nutzen. Haben wir noch eine Axt übrig? Nein, okay. Hallo, GP. Willkommen zum Stream. Jetzt mal ehrlich, wieso ist Eisen auf dieser Karte so ein Bottleneck? So, da ist die Grenze zu Maya. Und im Interesse, dass wir heute noch fertig werden. Ich bin mal gespannt, ob wir vor Meternacht fertig werden. To be honest. Machen wir mal ein bisschen mit der Deep-Kombo. Bedammte Geize auf die Manipulation durch uns, aber nicht über reinen Spaß-Bang-Plays. Die Long-Plays dauern lang genug. Oh, hallo, eine Pilzfarm. So dumm, dass wenn ich zwei davon zerstöre, die Mayas mich angreifen werden. Ähm, okay, aber die Soldatenmenge ist es aber... What the fuck? Was geht da ab? Was ist das denn für eine Riesen-Patrouille, bitte? Gab es schon... Ne, es gab noch keine einzige Kampfhandlung zwischen den beiden kreinlichen Spielern. Das ist halt auch traurig. Okay, jetzt liegt aber auf einmal... Jetzt liegt auf einmal das Eisen voll. Gut, weil die beiden Spieten gerade laufen. Komm, wir stellen zwei Diebe dahin. Genau, mehr Blut für den Blutgott. 100% Kampfkraft, das ist schon mal gut. Aber wir werden mehr brauchen. So, wir werden dann mal das Beobachtungsfenster dahin. Aber es ist nicht gewollt, dass die... Na, das soll nicht passieren. Das soll nicht passieren, dass die Bogenschützen vom Gegner darauf reagieren. Das ist halt leider gefährlich nah an... ...an dem Turm. So, wir brauchen auf jeden Fall noch... mehr Siedler. Von der Menge, die rumsteht, würde ich auch mal überhaupt... Wir brauchen eher kleine Wohnhäuser. So, für Fleisch ist gesorgt. So, jetzt hätten die Mayas eigentlich Grund anzugreifen. Weil jetzt haben wir sie betrogen, aber... Kommen wir ihnen lieber zuvor. Das ist ja schon besetzt. Wieso mache ich Start-Stop? Ich brauche eine Spitzhacke. Kein Eisen, kein Eisen... Kein Eisen, kein Eisen... Ich habe sogar Missionsgehalt damals extra erwähnt. Wo es noch Eisen gibt. Wo es noch Eisen gibt. Von der Worte handeln? Wie ist das, kann ich in der Worte? Jetzt kann ich hier im Gespräch. So, erobert da mal ein bisschen. Noch haben die Bevölkerung ja keine Schamanen und keine Gärtner. Nein, 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 nein. Okay, es stehen immer noch sehr viele Siedler rum. Aber ständige Musikwechsel nervt jetzt denn. Also ich glaube, das muss sich auf jeden Fall ändern. Aber wir haben zu wenig Träger, weil der Weinwirt nicht an die Tempel hervielführt. So, 112% Kampfkraft. Der Weinwirt nicht an die Tempel hervielfacht. Der Weinwirt nicht an die Tempel hervielfacht. So, wir bauen mal gerade aus. Du findest keine Steine mehr, das ist okay. Okay. Da ist Eisen, da oben. Hmm. Hmm. Da oben. 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 überhaupt nicht gut. Aber jetzt kommt das dunkle Volk dahin. Aber dafür kämpft jetzt das dunkle Volk vielleicht auch mal ein bisschen regelmäßiger mit den Arjas. Ja, aber nicht wenige Soldaten. Ja, aber die knubbeln sich ziemlich. Ich glaube, wenn das dunkle Volk nicht angreift, habe ich auch ein Problem. So, genau, kommt man schön da weg. Dann baut ihr da einen Aussichtsturm hin. Dann baut ihr da einen Aussichtsturm hin. Umsehen kostet 10 Erz, ja. Ich bin mal gespannt, wie schnell sich jetzt die Mayas erholen werden. Sollen wir es wagen? Sollen wir angreifen? Fehlt ein Hammer für die Waffenschmiede. Jetzt auf einmal produzieren wir Eisen über. Mit nur einer einzigen Mine. Ach du Scheiße, guckt euch das an. Hi Nightmare, willkommen zum Stream. Jetzt ist tatsächlich auch immer Kohle der Flaschenholz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, die Mayas erholen sich, aber die Lücke nimmt jetzt auch ab. Gut, wir haben einfach so einen Goldüberschuss. Macht Expandieren überhaupt Sinn? So viel Kampfkraft? Nee, theoretisch wird es dort außerhalb deines Gebiets kämpfen. Das stimmt schon. Aber hier geht es mir nur darum, die neuen Rohstoffe zu erschließen. Weil ich halt nur eine einzige Eisenmine habe. Die habe ich zwar mit Rohstoffe auffrischen jetzt gepusht. Weil sonst wäre die wahrscheinlich auch schon längst leer. Aber im Moment ist halt wirklich Eisen der Flaschenhals. Ganz ehrlich, ich kann das Lager jetzt auch für Gold öffnen. Ganz ehrlich, ich kann die jetzt wieder hier hinstellen. Das ist kein Thema. Das dunkle Volk geht irgendwie nur einmal dahin. Und danach ist es auch schon wieder vorbei. Dann ist es auch schon wieder uninteressant. Muss man nicht alles verstehen. Aber ich finde es auch erstaunlich, dass das so geknubbelt ist, deren Streit macht. Also normalerweise teilen die sich ja auch. Aber ich glaube, es liegt daran, dass die in dieser Karte weder Gärtner noch Schamanen haben. Und normalerweise dienen diese Einheiten ja als Anführer sozusagen. Denen dann die Soldaten halt folgen. Wenn es die nicht gibt, dann bilden die anscheinend alle nur eine Gruppe. Das ist einfach so ein Riesen-Blob. So, ich würde sagen, bei 200 greifen wir an. Ich gucke euch an, wie die sich knubbeln. Das ist das... Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass das das Pathfinding überlastet. Okay, jetzt zieht es sie aber hier runter. Ich meine, es ist gut, wenn die sich gegenseitig abmetzeln. So was ist immer schön zu sehen. Sieht man leider viel zu sehr... What the fuck? Warte, was ist jetzt los? Okay, wir haben irgendwas getan. Wir haben sie provoziert. Die Aliens sind hier. Ganz ehrlich, das dunkle Volk muss doch für die Siedler sowas von creepy sein. Ah, was hat die denn jetzt getriggert? Vielleicht reagiert die KI nicht... Dunkle Volk-KI nicht groß auf Besucher. Sie patrouilliert zwischen den Pilzern, so wie es die anderen Völker bei den Türmen machen. Aber darüber hinaus ist denen das, glaube ich, relativ egal alles. Wir haben keine Spitzhacken. Sollte mich vielleicht mal gerade ändern. Also ich mache mir jetzt keine riesen Sorgen deswegen, weil... Wir haben L3. Das ist natürlich jetzt, äh, trotzdem ein Problem, weil es, äh... Gut, die Mayas haben sie jetzt gut geschwächt damit. So, 200, wir gehen. Wenn alles gut geht, wird ja sowieso jetzt auch beschleunigt nachproduziert. Äh, mir fehlt doch aber noch ein Biest da. Nein, ihr snackt euch jetzt nicht meine... meine teuer gemachten Gärtner. Stopp, 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 stopp. Was, was, was macht ihr da? Ähm, warte, jetzt zieht... Hä? Was ist das für ein Troll? Jetzt zieht er sich zurück? Ich glaube, Creative ist gar nicht bei einem Termin. Ich glaube, der hat sich in das Dunkle Volk reingehackt. Und steuert das jetzt heimlich. Es verhält sich zu menschlich. Und jetzt ja, was ich... Entschuldigung? So, wir lassen das dunkle Volk einfach mal links liegen. Es ist natürlich jetzt sehr ungünstig, dass die den Turm zerstört haben, dass wir das nicht auf die Weise erobern können. Hallo? Hab ich nicht... Doch, ich hab doch jetzt ne Steuergruppe gehabt. So, jetzt kommen die einzelnen Soldaten wegen dem Priester angerannt. Und der Priester kommt natürlich nicht nach vorne. Wäre ja viel zu einfach. Oh. Oh. Also, es ist gut. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk. Und ne Blitz, weil wir einfach so nett sind. Okay, das mit dem Hauptmann hat irgendwie nicht funktioniert. Der ist anscheinend schon vorher noch gestorben. Ja, so, das war es aber auch. Gut, die Mission hat jetzt auch wieder eine Stunde gedauert. Oh, Mission 4 wird unterdurchschnittlich lange dauern. Bei Mission 1 haben wir relativ schnell. Aber da wir ja keinen Tempeltrick benutzen wollen, wird wahrscheinlich alles, was das dunkle Volk irgendwie hat, ein bisschen länger dauern. Wo wollen die ganze Zeit die einzelnen Soldaten hin? Okay, super. Das passt nicht. Wow, shit, shit, shit. Was ist denn hier? Warum marschiert ihr jetzt da lang? Ja, jetzt, wo meine Soldaten nicht daheim sind. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht so genaue Trigger in diesem Skript gibt. Es gibt so viel, ich weiß nur eins, dass die Mayas angreifen, wenn man zwei Pilzfarben zerstört hat. Aber theoretisch müssen wir gewinnen, wenn wir die Mayas zerstört haben. Ja, jetzt muss man das dunkle Volk? Gar nicht. Also, das kann man komplett in Ruhe lassen, soviel ich weiß. Ansonsten muss halt gleich ein Anschluss erfolgen. Dass wir mal das ganze Gebiet hier plündern können. Aber das hier verstehe ich halt auch nicht. Also, die KI weiß offensichtlich nicht, was sie tun soll. Also, die KI weiß nicht, was sie tun soll. So, gehst du da oben hin. So, mit ein bisschen Glück haben wir gleich gewonnen. Das kann Turm ein... Ja, ein Safe-Turm... Ja, Safe-Turm habe ich genug. Das stimmt schon. So, ist jetzt aber auch egal. Wir haben eh gewonnen. Oh, dieses Gebiet kenne ich so gut wegen Dark Mirror. Habe ich so viel getestet. Zeit für die Rekina. So, ihr kommt zurück. Ihr kommt auch zurück. Okay, so, es gibt drei. Es gibt drei von den Sägen. Ich habe irgendwie erst nur eine gesehen. Dachte mir so, als ob die uns jetzt auf einer Wikinger-Karte mit nur einer Säge starten lassen. Zuzutrauen wäre es, Bluebyte. Wenn wir es am Anfang ist, ist man hier so nah dran, das Missionsstil zu erfüllen. Aber man kann ja nicht verhindern, dass sie das dann erstmal einschwärzen. Äh, wir brauchen auf jeden Fall einen Siedler. Wir brauchen auf jeden Fall ganz viele Siedler. Haben wir... Wir haben zwei Bergmänner. Wir haben einen Jäger. Wir haben einen Schmied. Was ist der schlechteste Start? Ach, ich finde Dark 3 ist eigentlich okay. Ich finde es halt nur schade, dass die Rohstoffe insgesamt so mau sind. Und wirklich in Gefahr ist man ja auch nicht. Okay, wir haben gar nicht genug, äh, genug Dinger. Wir haben nicht genug Säge, äh, Äxte. Hier, das ist halt fies. Wir brauchen uns an dieses Gebirge halt ohne Pionieren nicht wirklich ran. Wir haben keine... Wir haben keine... Äh, Sensor. Äh, Sensor. So, erstmal bitte ein bisschen wandern. Da ist noch mehr Eisen. Gut, Kohle kriegen wir ja gerade mit Uwo im Zweifel als Dicking ja unbegrenzt. Wir brauchen da auf jeden Fall noch einen Turm. So, Fisch machen wir tatsächlich mal auf die Kohlemine, einfach weil wir schon Jäger haben. So, wir brauchen da auf jeden Fall. Okay. Okay. Wir brauchen auch auf jeden Fall mehr Siedler. So, da wir eine Werkzeugschmiede haben, können wir auch jetzt noch einen extra Bauarbeiter mit dem einen Hammer machen. So, ihr helft wieder da. Geht es da rüber. So, was brauchen wir? Wir brauchen auf jeden Fall erstmal eine Sensor. Langfristig werden wahrscheinlich zwei reichen, weil Fleisch können wir aus Mana beziehen. Wir benötigen einen Hammer. Ich will ja nur noch eine Angel haben. Wir benötigen Äxte. Neustart? Nö, warum? Das ist ein Anderer, das ist die nächste Mission. Ja, da ist ein Anderer. Untertitelung. BR 2018 So, es fehlen schon zwei Exter und es werden auch eher noch mehr. Siehst du, hä? Ich stehe gerade auf dem Schlauch. So, bringt mal bitte die Kohle darüber. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye. So, nächstes Wohnhaus. Und dann will ich auch noch ein drittes Sägewerk haben. So, das steht. So, ich hole das. Und dann auf dem Schlauch. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 So, wir haben nur noch eine Angel vorhin gemacht. Das heißt, hier kann das hier hin. Du gehst hier rüber. So, du gehst. Wobei, warte, die zwei sollten noch weg. Du gehst hier. Machst da. Machst hier. So, und da unten haben wir gleich einen eigenen Holzfäller. Hi, Ariad, willkommen zum Stream. Okay, das Haus haben sie schon mal fertig bekommen. So, Sägewerke sollten jetzt durchlaufen. So, das ist einfach so, dass das wieder vegan ist. Okay, das ist ohne veganen Challenge. Erstmal so. Erstmal will ich normales Gameplay haben. Aber es dient natürlich auch ein bisschen dazu, mich wieder mit den Karten vertraut zu machen. So, das Sägewerke ist versorgt. Aber hier ist so dichter Wald. Das muss alles weg. Was haben alle mit Dark 6? Dark 6 ist mit Ubo voll machbar. Also, wenn es um die veganen Challenge geht, mache ich mir um diese Karte hier mehr Sorgen als um Dark 6, weil, wie gesagt, mit dem Rohstoff ist das, glaube ich, ist das langfristig unter Umständen ein bisschen haarig. Plus halt, äh, kein Mana. So, jetzt sollte Holz aber auch kein Problem mehr sein. Wir machen auf jeden Fall mal gerade Lager. Wir benötigen mehr Träger. Wir sagen 6 Vanilla-Bönschen, aber vegan. Ah, ah. Also, klar, S-Turm ist sowieso trivial, aber Dark 6 mit Vanilla ist halt auch einfach schlechtes Design. Alles, was glitzert, wird spannend. Alles, was glitzert, wird voll die normale Karte, Leute. Also, selbst in der veganen Challenge, wir spielen als Maya. Wir haben den profitabelsten Umwandlungszauber. Ich nenne es ein ganz schlechtes Camping, ich nenne es, du bist zu schlecht. Du solltest bei deinem Termin sein. Hi, Kjotkert, willkommen zum Stream. Ich bin auf dem Weg, keine Sorge, das will ich hoffen. So, mach mal bitte da oben weiter. Ihr könnt hier mal kurz aufräumen. Ich mag das gar nicht, wenn da so kleine Flecken sind, die mir nicht gehören. Ja, Dark 6 fordert halt eine andere Spielweise von dir, die halt mit Obo halt auch viable ist. So, jetzt kann aber auch Fisch wieder zur Eisenmine. Nicht, dass wir es langfristig benötigen werden. Ich hab's ohne Obo gespielt. Ja, es geht schon irgendwie, aber es ist halt kacke. Weil eine Spielweise von dir verlangt wird, die nicht wirklich vorgesehen ist. Also die nicht gut sein soll im Vanilla. So, wir machen einmal den hier. So, irgendwo brauchen wir gleich einen großen Tempel noch. Aber wenn dann, sagen wir mal, die Kohle nach diesen Mine hat auch eine scheiß Erfolgsquote, ne? Wir brauchen auf jeden Fall mehr Planierer und Bauarbeiter. Wobei, gut, selbst eine laufende Kohle Mine sollte eigentlich nicht zwei Verbraucher... Wobei ich... Ne, kann sie eigentlich nicht. Es ist auch zwei Verbraucher schon, aber halt nicht mehr... Das Eisen muss ja doppelt verarbeitet werden, so rum. So, wir packen mal die ganzen Werkzeuge, die noch oben liegen, da rein. Und hier kann gleich der Stein hin. So, ich höre gerade den Staubsauger. Ich muss gucken, ob die Tür zu ist. So, die Tür war angelehnt und die Chinchillas scheinen sich auch noch zu benehmen. Da musste ich nämlich gestern ein kleines Machtwort sprechen. Haben Sie? Das war's für heute. Das war's für heute. Ich weiß nicht, was das im Moment ist. Ich weiß nicht, was das im Moment ist. So, langfristig brauchen wir auf jeden Fall... ...viele, viele... ...viele Schaufeln. Das ist mir gefallen auch nicht so wirklich die Kohlevorkommen. Gab's hier oben noch oder sind hier schon alle Berge leer? Ansonsten brauchen wir nämlich echt eine Köhlerei. Weil lohnt sich wahrscheinlich eh, weil wir eh Holz überproduzieren. So schnell kriegen wir das gar nicht verbaut, sobald man einmal drin ist. Äh, warte. Du kannst den Baum noch fällen. Warum findest du hier keine... keine Bäume? Muss ich das verstehen? Musik 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 kleinen Tierchen haben. Also alle Chinchillas, die ich kennengelernt habe. Und das sind inzwischen sechs oder sieben? Ich kann dir zu allem eine eigenständige Charakterisierung schreiben, weil die halt einfach komplett unterschiedlich drauf waren. Ich bin gerade verwirrt. Meine Persönlichkeit hatten deine Steaks auch mal. Ja, aber die Steaks kannte ich nicht. Sind da von Chinchillas, wurden ja auch lang genug, oder werden zum Teil ja immer noch für Pelze halt gezüchtet. Wo ich mir aber denke, das ist total sinnlos. Weil Chinchilla-Fell, ja, das ist schön weich, aber das ist komplett ungeeignet für irgendwie für Mäntel oder so, weil das Zeug darf nicht nass werden. Also, ich verstehe nicht, was Leute mit einem Chinchilla-Pelzmantel wollen. Wenn du damit einmal im Regen warst oder das Ding einmal waschen willst, ist es vorbei. Ja, aber so ein Mantel wird ja trotzdem auch schmutzig. schon wieder zu wenig Träger. Was ist hier los? Warte, bitte das Haus zu Ende. Das war schon... Das war schon ist nicht. Ich bin neu gekauft. Ja, das ist wahrscheinlich das Traurige. Die Leute, die sich so ein Chinchilla-Pelzmantel leisten, werden das wahrscheinlich auch noch genauso machen. Das heißt, ich weiß nicht, ob es Reinigungsmethoden gibt, die ohne Wasser auskommen. Das würde vermutlich auch noch gehen, aber das wird ja auch nicht günstig sein. Ja, ich weiß nicht, ob es geht. So, du findest nichts mehr. Das heißt, du kannst weg. Achso, du findest kein Links mehr. So. Doch, Stein ist eingestellt. Sehr gut. Es ist so viel Wald auf dieser Karte. Untertitelung des ZDF, 2020 Mensch, pünktlich, wo dieses Haus durch ist, wird das nächste große Haus fertig. So, wir gehen in erster Linie mal auf Bogen schützen. Jetzt erschließt sich eine DV-Karte. Hier ist noch ein bisschen Kohle. Auch keine Unmengen. So, gleich sehen wir aber die Magie von Ubo. Creative, muss ich den Gürtel holen? Musik 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 Hätten Sie jetzt eigentlich sagen müssen, solange der Gürtel vegan ist. Musik 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 Das ist so böse. Ich habe gestern ja leider wieder mit, äh, äh, leider festgestellt, dass mit den Follower-Emotes, es ist halt leider echt ein bisschen problematisch, weil auf Discord funktionieren die nur, wenn ich sie halt separat für meinen Server hochlade und damit man die auf anderen Servern verwenden kann, braucht man Nitro. Was, finde ich, halt so ein bisschen die Funktion von Follower-Emotes als, äh, als Werbemaßnahme halt einschränkt. Ich dachte, das wäre, ich dachte, das wäre ein Hamster, was ist der Unterschied? Nein, das sind Chinchillas. Das sind auch Nagetiere. Aber die, also ich weiß gerade nicht, wie lange Hamster leben, aber Hamster leben ja, glaube ich, nicht so lange. Chinchillas können tatsächlich, äh, älter als Hunde werden, wenn es gut läuft. Haben die lange Zähne? Nö, die haben normale Naga-Zähne, aber die wachsen halt unbegrenzt. Also die müssen halt immer abgenutzt werden. Das war leider ein Problem bei Chip und Chat, war das ein Problem. Weil sich Chip selbst mit diesen Zahnproblemen ja noch sehr lange gehalten hat. Das stimmt, du weißt leider auch bei diesen Tieren nie, wie viel davon ist jetzt wirklich Chinchilla und wie viel davon ist nur Fell. Vor allem, wenn ich die in den Auslauf schicke und die sich dann irgendwie unter, unter, unter das, unter das Sideboard drunter quetschen. Dann siehst du auch einfach, wie die schmal, die sich machen können. Dann denkst du dir so, also entweder könnt ihr euch total komisch verrenken oder an euch ist einfach wirklich gar nichts dran. Kreative. Nicht die Chinchillas disrespektieren, ne? Ich betrachte das als Banngrund. Kreative. Kreative. . 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 Ich hasse es einfach, wie OBS mit manchen Fenstern umgeht. . Wie zum Fick kriege ich das jetzt wieder rein, so. Also, wenn man mal irgendwie versucht, bestimmte Twitch-Funktionen bei OBS aufzurufen und man einfach merkt, dass sich das neue Pop-Up dann überhaupt nicht anpasst. Also, das ist eine Katastrophe. . 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 In das dunkle Volk will ich aber auch Kampfkraft pushen. Wikinger-Forscher wäre eine Holzkohle-Only-Challenge. Nur auch direkt Stein zu Eisen, wo wir auf so jeden Fall wirklich relevant sein machen. Das stimmt, das wäre auch vor allem, das wäre eine Challenge, die ist halt wirklich Wikinger-Only. Also das ist halt auch überschaubarer vom Aufwand. Braucht man aber viele Holzfäller. Na gut, aber auf der anderen Seite brauchst du halt relativ wenig Nahrung, glaube ich. Weil du kannst Brot für Steinminen nehmen. Ich hatte auch gestern wieder so Überlegungen, was wäre gewesen, wenn jedes Volk ein Zielobjekt hätte, was kein Gold an sich kostet, aber wo man dann praktisch bis zu einem Stack Gold von den Siedlern reinlegen lassen kann, was dann sichtbar ist und was dann halt darüber zur Kampfkraft zählt. Wo ich mich auch gerade frage, das ist die gleiche Frage wie beim Köstlichkeiten-Zauber. Sind diese Rehe vegan, wenn sie vom Zauber gespawnt wurden? Ich meine, es sind ja trotzdem, auch wenn sie gerade aus dem Nichts erschaffen wurden und nicht davon nur hergeteleportiert wurden, sind es ja immer noch lebende Tiere. Sie sind sich ganz normal verhalten. Anders als das Fleisch, das wenn es aus dem Nichts erschaffen wurde, dann hat es ja nicht vorher gelebt. Das sind die moralischen Dilemmas, denen man sich in Siedler stellen muss, oder kann, wenn man möchte. Wenn die Rehe leben, ist es nicht vegan. Ja, man kann jetzt nicht bestreiten, dass die Rehe leben, da sie ja auch fliehen und so. Okay, hier ist tatsächlich mal gerade Honig der Flaschen, halt. Nun ist es eigentlich nur eine Animation, also vegan. Ja gut, nach der Logik wäre aber alles vegan im Siedler. Ah, Holzkohle und... Oh nee, das könnte ich mir echt mal überlegen. Einfach weil es halt auch vom... Wie gesagt, das ist ja vom Aufwand überschaubar. Das sind ja dann selbst im Hauptspiel, also... Da könnten wir wahrscheinlich sogar noch die Einzelspielerkarten reinnehmen, die originalen, wo die Wikinger das Spielervolk sind. Dann sind sie wahrscheinlich trotzdem bei 10 Karten. Ich überlege gerade von den ursprünglichen Karten. Spielt man die Wikinger da überhaupt eigentlich bei irgendeiner Karte außer Allgreen? Ich glaube nicht, oder? Hast du noch mal Glück gehabt? Creative nicht, das muss ich nicht noch entstehen. Das wäre nicht die größte Strafe auf der Welt, würde ich mal behaupten. Also das ist ja nicht so, jetzt würden wir uns um die Tiere nicht kümmern. Das wäre nicht so, jetzt würde ich mal sehen. Wir brauchen mal ein bisschen Eisen noch. Aber irgendwie hat er jetzt... Doch, der hat das ordentlich gemacht. So, das D-Reset ist fertig. Es gibt ja zwei Eingänge zum dunklen Volk. Ich glaube, wirklich sinnvoll sind beide nicht. Also ich habe zum Beispiel sinnvoll beim Eingang halt zumindest einen Turm und irgendwie ein Nazarett zu haben. Hm? Hm? Wo ist der eine Geologe? Hier, guck mal bitte ob da irgendwo ein guter Kohle Spot ist. So, ihr kommt hier rüber. So, ihr kommt hier. 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 Ja, ich habe bei beiden eingestellt. So, der Turm kann jetzt auch weg. Wie viel Hunger hast du schon? Es ist noch nicht mal drei. Und ich habe ja auch erst um elf gefrühstückt. Ich denke also nach Mission sechs oder sieben, da wird es wahrscheinlich irgendwie nach sechs Uhr sein. Werde ich zum Kühlschrank gehen und die Reste von gestern aufwärmen. Das ist ja eigentlich schneller. Mit Obo hat das nichts zu tun. Es läuft halt einfach mit doppelter Geschwindigkeit. Aber das kannst du besser, dass du die Antidea auch einstellen. Das ist ja eigentlich nicht mehr. Es fehlt eine Axt, ja. An Äxten ist irgendwie so eine Sache. Wir benötigen auch zusätzliche Siedler. In der History Edition Valilla geht es auch, aber du musst halt Sheets aktivieren. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 So, hier geht es schon mal hier rüber. Also die Karte ist ja schön, aber diese Sprecke hier ist einfach viel zu lang. Also ich glaube, es wäre sinnvoller gewesen, wenn der eine Weg hier gewesen wäre. Weil dann hätte man erstmal mit den Soldaten hier den direkten Weg zurücknehmen können. Auf der anderen Seite wäre das Dunkle Volk aber auch eine größere Bedrohung gewesen. Vielleicht bei der Gold Edition sehr angenehm, um die Spielgeschwindigkeit immer noch ändern zu können. Das kannst du tatsächlich inzwischen wieder. Ich glaube, wenn du sobald du Cheats aktivierst, wird es wieder auf Spielgeschwindigkeit 1 gesetzt. Und dann kannst du es frei verändern. Das ist auch schon seit ein paar Monaten, glaube ich, jetzt drin. Was übrigens auch jetzt wohl live sein müsste, zumindest hat mir Kevin die Tage noch die Patch Notes geschickt. Dass das jetzt implementiert ist oder bald hochgeladen wird, ist der DV-Fix für die, äh, für Creatives Karte. Dass da Level 2 und Level 3 Soldaten möglich sind. Das ist auch schon seitdem, glaube ich, jetzt drin. Man kann die bald spielen ohne Crash-Nights, ja, und dann muss ich sie auf jeden Fall auch nochmal spielen und ein Video dazu machen, auf das es viel Anklang findet und vielleicht dann doch noch ein bisschen DV-Modding passiert. Dann können wir nämlich auch die Eisenschmelze erstmal abschalten und die Kohle darauf konzentrieren, dass das in die Goldschmelzen und Waffenschmiede geht. Hast du schon eine W-Fermine für deine Fixmaschine? Nein! Nicht gut, ich würde mich da mal beeilen. Warum? Kommt schon, Leute, wir brauchen mehr Kohle. Ich könnte mich doch nicht so hängen lassen. Komm, wollen wir ein bisschen Klimawandel hier, Team Trees, machen? Ja, nennt sich Schulbus-Syndrom. Das verstehe ich auch, also bis heute nicht, dass man das nicht besser koordinieren konnte. Ich meine, wir hatten da extra ein Schulzentrum mit drei Schulen und du hast dich jedes Mal abgehetzt. Oh, zugegebenermaßen, ich wollte immer nur eine Haltestelle davor einsteigen möglichst, weil da waren auch noch Plätze frei. Weil geht ja nicht, dass man irgendwie zu einer Stoßzeit noch mal einen zusätzlichen Bus einplant. Es übersteigt lieber die Förderungskapazität. Wo ich mir denke, sobald da was passiert, können die Eltern richtig schön klagen. Aber diese vorherige Haltestelle war halt auch nicht, das war kein richtiger Umweg. Du bist halt einen anderen Weg gegangen als sonst. Das zu kriegen, gerade wenn die Lehrer halt ein bisschen unpünktlicher waren beim Rauslassen, das war halt immer uncool. Ja, das ist ein bisschen größer. Ja, ich weiß, auch nicht, dass wir nicht mehr als so machen können. Da war es nicht, dass wir nicht mehr als so machen können. Wir sind die Fehler, keine Anung der Pilgroration zu finden. Ja, ich weiß, es war auch nicht. Aber das war noch nicht. Aber ich werde dich noch nicht mehr als so machen. Mein Kind ist immer noch nicht mehr als so, dass ich mich gar nicht mehr als so machen kann. So kriegst du die Leute halt auch nicht vom Auto weg, ne? Boah, ich hatte das ja teilweise dann später in der Oberstufe, dass ich halt die ersten paar Stunden vielleicht frei hatte und dann später zur Schule fahren konnte. Immer, immer wenn das so war, wenn ich zur Busseile stelle und dann kam immer ein scheiß Gelenkbus auf der Linie, wo dann irgendwie drei Leute mitgefahren sind, mich eingeschlossen. Wo ich mir denke, warum ist hier jetzt ein Gelenkbus? Aber bei der anderen Zeit, wo die meisten Schüler halt dann zur Schule müssen, schickt die irgendwie, selbst wenn die drei Busse schicken, die sind halt alle schon voll, wenn sie ankommen. Auf dem Auto, äh, da geht ohne Auto nichts. Mein Fahrlehrer wollte mir erst nicht glauben, dass ich noch gar nicht irgendwie Auto oder Traktor oder sonst irgendwas gefahren bin, weil er meinte, du kommst doch sonst nirgendwo hier hin. Und gut, ich bin wohl auch bei der ersten Fahrstunde, das war so ein Ferienfahrkurs und die erste Fahrstunde, die er dann mit mir gemacht hat, war praktisch dann in den frühen Morgenstunden, bevor, äh, es in der Theorie losging. Das heißt, ich hatte zuerst tatsächlich eine Praxisstunde. Und da habe ich mich tatsächlich sogar halbwegs gut geschlagen. Danach ging es halt rauf und runter bei mir. Dannach ging es halt rauf und runter bei mir. Dannach ging es halt rauf und runter. 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 Dannach ging es halt rauf. 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 Ja, das ist ungefähr auf einem Level so, was das Trollen angeht. So, pass auf, die Gärtner mache ich mal auf die 3, Priester brauche ich auf die 2 und dann mache ich euch auf die 1. Dann gehen wir eben ohne Support, weil wir haben 103% Kampf auf dem L3er, also wir müssen ja nicht mal alles zerstören. Plus wir haben 400 Mana. Wobei ich jetzt gerade denke, weil ich gerade überlege, weil Blutrausch bringt uns nichts, weil wir nicht wirklich viele Schwertkämpfer da haben. Ich fände es irgendwie ein lustiges Detail, wenn der Angstzauber beim Nugend-Volk nicht funktionieren würde. Breeze ist der beste, es kommt drauf an. Also gegen kleinere Gruppen ist Angst tatsächlich besser, weil langlebiger. So, jetzt können auch die Eisenschmelzen wieder laufen, jetzt haben wir genug Kohle. Ach Mist, es sind mehr als 100 Soldaten, das heißt, das mit der Steuergruppe funktioniert gar nicht. Ja, das ist auch noch so ein Problem. Es ist hier, ist hier oder mit dem Berg? Ne, ist ein Stück weiter noch. Also wenn man eine Dark 3 Hard Mode Version machen möchte, muss finde ich meiner Meinung nach hier eine Verbindung hin. Das Volk müssen immer alle Soldaten Angst kriegen wegen der Schwarmintelligenz. Gut, die Schwarmintelligenz, das ist ja echt etwas, was ich dann irgendwann mal gesagt habe, dass das meiner Meinung nach so ist. Kannst du es so machen, dass der Angsthauber beim Nugend-Volk kürzer anhält? Leider nein. Ne, keine Schwarmintelligenz. Ja, beziehungsweise, dass das dunkle Volk es reagiert, halt nicht auf so menschliche Schwächen. Na, auch dienst, danke fürs dabei sein. Was hast du, willst du einen Hard Mode von jeder Channel? Karte mit Vegan-Challenge spielen. Mhm. Klar. Damit ich bloß nie wieder anderen Content machen kann. Mach doch den Steinflug. Wat? Braucht Steine für die Manakopter. Erstens gibt es hier noch keine Manakopter und zweitens... Nein, er braucht Eisen. So, das ist erstaunlich ruhig. Das Ding ist, die DV-Soldaten stehen ja gerne mal mit den Gärtnern am Rand von der Insel, weil das ihr Pathfinding komplett überfordert. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es die unlockt, wenn die Gärtner die Pilze zerschlagen. Aber das sieht man so selten inzwischen. Weil die, weil die, weil die, weil der Tempeltrick so allgegenwärtig ist. Aber das, dass, dass die menschlichen Völker auch nicht viel ängstlicher auf das dunkle Volk reagieren, ist auch erstaunlich. Kannst du eventuell dafür sorgen, dass bei HGLG Wissenschaft besser funktioniert als Magie? Ähm, nein. Das wäre ja genau nicht der Punkt. Warum nicht, das weißt du. Oh, das fühlt sich gerade so nostalgisch und oldschool an, mit Gärtnern hier das so zu handhaben. Und sie ziehen sich wieder zurück, weil sie gemerkt haben, dass nichts mehr zu retten ist. Wie nett. Musik 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 Lass mich raten, die meisten DV-Truppen stehen wahrscheinlich jetzt irgendwo am Rand und wissen nichts mit sich anzufangen. So ist es doch. Hä? Wo lauft ihr denn jetzt hin? Das ist eine Kampagne, wo man die Götter töten kann. Das wäre bestimmt lustig für eine Fanfiction-Kampagne, ja. Aber wahrscheinlich nicht mit für Basis-HGLG. Und dann passt der Kampagne zu zweifeln. Ja? 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 Wow, 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 stopp, nicht die, nicht meine Gärtner, dankeschön. So, da ist der Tempel, ja, der ist das Kampagne, wo ein Heimer gegen Wahnvorstellungen gefunden wird, dass dann die Götter tötet. Ja, nur, dass die Götter halt in der Welt der Siedler real sind. Beweise ist Spielsiedler 3, Spielsiedler 4. Ah, ich dachte schon, das wäre wieder dieser Fall, wo es nicht triggert. Hier, das meinte ich, hier ist dunkles, sind die dunklen Krieger, hier haben sich welche gesammelt jetzt und die hier wissen auch nicht, es ist nicht anzufangen. Als ob das 200 sind, sogar fast 300. Hilft halt alles nicht, wenn die KI so strunzdumm ist. Eine Frage der Zeit. Eine Frage der Zeit, let's go. Ich habe zum Glück, weil ich den Missionsgarten extra angeguckt habe, noch im Kopf, was hier getan werden muss. So, wir brauchen mal ein paar Diebe. Wenn ich in echt die Götter leugne, dann würden mich manche Leute trugeln wollen. So, dann kann ich das machen, so viel ich will. Kannst du das? Bist du dir da sicher? Okay, wir haben doppelte Musik. Offensichtlich kann ich das scheinbar. Was ist das für ein Satz? So. Und dann bin ich. So. 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 So, eins, zwei, drei. Sind die Planierer bald durch. Ganz ehrlich, diese Mission habe ich auch noch nie normal gespielt. So, ihr geht nirgendwo mehr hin. Jo, dann machen wir daraus unsere Gärtner. Zumindest kann ich die Götter halten und wenn das jemand doof ist, kann ich ihnen sagen, nein, das ist doch nur mein Götter Siedler. Mhm. 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 Das ist jetzt die Masterfrage. So. Nummer 2. Was ist mit der hier? Ich glaube, die hier ist blöd platziert, ne? Ich glaube, da ist relativ schnell eine Patrouille, wenn, äh, wenn alles, äh, wenn alle, äh, ne? Und so. Aber, was, dankst du, dass wir natürlich jetzt auch drin ist. Wir können jetzt auch die Diebe, wir können jetzt alle gleichzeitig, äh, markieren. Ähm. Wir haben einfach gerade meine, meine, meine Gärtner gekillt. Große Mafia. Äh, okay, da ist ne Patrouille. Sollen wir mal gerade probieren, ob einfach auch die Pilzer haben zerstören können? Die sieht so schön unbewacht aus, aber wahrscheinlich kommt dann gleich die komplette Truppe angelaufen. Ja gut, solange du jetzt nicht umgeben bist von Leuten, die das gestört haben könnte. Okay, nope, 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 nope. Alles klar, nein, das ist auch verloren. Aber mit dem Ablenkungsnummer sollte das eigentlich gehen, oder? Boah, diese scheiß doppelte Musik. Da sieht es mal wieder zu richten, das ist, äh, ist halt auch, äh, eigentlich das nervigste daran, wenn man safe scummen muss. So, vielleicht reichen die Truppen ja sogar schon. Ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt ne Standardpatrouille war, oder ob die wirklich darauf reagiert haben, dass, äh, hier was ist. Kommt, Leute, beeilt euch. Leute, das ist doch euer, das ist doch ein Witz. Willst du jemanden haben, um da mal deine Streams zu gucken? Äh, ernst gemeinte Frage, wie viel hast du denn? Ich glaube, ich habe noch einen Vertrag mit 6 Gigabyte, aber das verbrauche ich tatsächlich auch nie. So. Attack Pattern Suicide ist leider immer noch erforderlich, wie es aussieht. Äh, eine Mission verliert, das musst du von vorne starten. Nein! Dezent nicht. Vor allem nicht die hier. Ah, okay, die ist ziemlich nah am dunklen Tempel, deswegen. Wo, 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 wo. Irgendwie ist hinzugehen, wenn die gerade weggehen. Weil ich glaube nicht, dass die auf meine Einheiten reagieren. Das ist einfach nur, dass die, äh, dass da halt gerade Patrouille ist. Ich glaube, ich bin ein wenig weggebracht, aber ich werde den Ereignen morally abgehört. Ich bin ein wenig wegnehmen. Der Ereignen alles, wenn ich in das Neueه habe, ein wenig weggebracht habe. Oh, ich bin ein wenig, da bin ich in der Leidenschaft. Oh, ja. Ich bin ein wenig, da bin ich in die Hierherausschule, ich bin diese Gäuble, nicht so abgehört. Oh, was ich bin das Neue der Leidenschaft. auch kommt schon leute jetzt ist aber mal gut okay wir machen es auf die normale tour ich muss jetzt halt nur irgendwie die jetzt mal kurz auf musik jetzt verzichten müssen jetzt erstmal die gärtner hier durchkriegen pass auf ihr seid mal gruppe 3 ihr seht uns nicht jetzt habe ich 25 gb im monat ich verbrauche sie nicht weil ich nie aus dem haus gehe ja kenne ich ja 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 Ausgebe macht denn sowas? Eben, da hat man doch, wenn man Pech hat, kein WLAN. Leute, wärt ihr so gut? Würdet ihr bitte? Jetzt habe ich auch den Regler verschoben. Ganz tolles Kino. So, ihr werdet alle sterben. Leute, es ist gut jetzt. Jetzt hat es nicht alle abgelenkt. Das funktioniert normalerweise. Habe ich euch schon erwähnt, dass das wahrscheinlich die schlechteste Mission in der ganzen Kampagne ist? Meine Mission 8 ist jetzt auch nicht gerade top. Mission 11 ist storytechnisch ein bisschen useless. Ja, die Chinchillas streichle ich nicht jeden Tag. Vielleicht mal beim Füttern. Also die Chinchillas lassen mich tatsächlich am Kopf streicheln. Nur Abby hat das nicht ganz so gerne. Jumper hat dabei sogar gestern, das war, der hat, der fand dann den Ärmel von meinem Pullover total interessant. Sind das keine Kuschel? Nee, die sollte man nicht zu lange an der Hand halten. Sind immer noch Beutetiere und Fluchttiere. Noch dazu kommt sie in der Nacht aktiv. Also tagsüber willst du sie sowieso halt weitgehend in Ruhe lassen. Ich mache dann zwar mal den Käfig sauber, aber das war's. Die mehr mache ich da auch nicht. Unser Kasimir, der macht mir da ein bisschen Sorgen, weil der war, als wir ihn bekommen haben, war der so neugierig, der wurde fast schon handzahm. Und jetzt ist der irgendwie, hat der im Moment total die Panik, wenn ich den hochhebe. Also der wirft dann auch immer Fell ab. Und ich weiß nicht, warum. Sagt die anderen Chinchillas, wenn ich die dann, wenn ich die einmal habe. Also das ist auch mehr ein Spiel, wenn ich die dann, weil ich sonntags sehende die gewogen und ich die dann immer zum Teil mal fangen muss. Also für Ivy ist das definitiv von fast ein Spiel. Der weiß auch ganz genau, wenn es Zeit ist. Aber sobald ich ihn habe, ist es halt auch vorbei. Dann ist er ganz still. Aber Kasimir, der bin ich schon froh, wenn er mal kurz zwei Sekunden auf der Waage still sitzen bleibt, damit da halt auch ein richtiges Gewicht halt bei rumkommt. Vielleicht nimmt sich Spinit beim Stream auch mal ein Chinchilla-Beggen dann wieder und streichelt den die ganze Zeit. Haribo hat sogar schon mit mir Skyrim gespielt. Okay. Aber ich glaube, ich brauche langsam, ich glaube, so wie du das beschreibst, brauche ich echt irgendwie ein GIF oder ein Emote, wo ich wirklich mit so einem Chinchilla hier vor der Kamera sitze und das am Streicheln bin. So wie Spock mit der Katze. Wieso gehen die nicht so weit weg? Das verstehe ich nicht. Was ist los mit dem dunklen Volk? So, ihr geht in die Richtung, weil ihr seid ja einigermaßen schnell. Wir docken sie einfach weg. Aber es trifft nicht alle. Boah, warum ist diese Gruppe auch so riesig? Das verstehe ich nicht. Ich habe das jahrelang hier nicht mehr gemacht, aber das war doch nie so ein Thema. Die gehen aber auch nicht bis da oben. Wieso gehen die da nicht hin? Aber ein Chinchilla beim Streamen hier haben, das wäre ja nichts. Dann hättet ihr nicht meine ungezahlte Aufmerksamkeit. Ich weiß nicht, was ich gehört habe, aber was Bock mit Katze. Ich brauche so ein GIF von mir mit einem Chinchilla. So wie Spock mit dieser Katze. Ja, aber es funktioniert nicht. Die Distanz ist zu kurz. Wenn das mal kein Weg nach Valhalla hier ist. So, und jetzt gehen sie wieder dahin. Werte mit euch, wenn ich jetzt mit meinen Truppen nach oben gehe zu der Pilzfarm, laufen die uns nach. Das möchte ich jetzt aber mal gerade wissen. Wenn ich hingehe und meine Diebe da hinstelle, wo ich eine Pilzfarm war, triggert das das dunkle Volk, dass die da hinlaufen. Aber das könnte uns die Zeit geben, die wir benötigen. Aber die sagt, ich verstehe halt nicht, wieso meine alte Methode dann funktioniert hat. Wieso die alte, das war ja nicht mal meine Methode. Das ist ja die von Brain ursprünglich. Okay. Wie bist du zu Orbs of the Chess gekommen? Ähm, das war nicht ich. Das war mein Verlobter. Ich habe sie nur mitadoptiert. Ich war ja nicht. Okay, das triggert die. Warum auch immer, Leute, die haben einen alten Otter in der Wohnung. Ja, es gibt so einen Kanal auf YouTube, der hat zwei Otter. Aber wohl auch aus Gründen. Aber gut, zu wissen, dass man die KI auch ein bisschen effektiver weglocken kann. So, jetzt muss ich mal ganz kurz Pilze pflücken. Oder machen wir so und dann muss ich mal hier gucken. Musik scheint wieder auf einem akzeptablen Level zu sein. So, hier wollen wir wahrscheinlich relativ früh einen großen Tempel haben, damit wir den Priester zu den Wikingern schicken können. Musik 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 Aber dann wissen wir schon mal für die Vegan-Challenge Bescheid, dass wir Mission 4 doch da relativ zügig hinbekommen. Musik 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 Der Fenster ist ja wieder so hilfreich. Du kannst ihn tatsächlich ein bisschen manipulieren, wenn du ihn dazu kriegst, in die Richtung vom dunklen Volk Türme zu bauen, weil er dauerhaft versucht zu expandieren. Musik Also das geht ein bisschen. Das habe ich tatsächlich mal als Kind irgendwann mal gemacht. Musik So, Werkzeuge besitzen wir. Musik 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 Das war's für heute. Pass auf, wir behalten mal quasi den Turm da oben. Pass auf, wir behalten mal. Das funktioniert halt nicht. Es war halt immer toll, wenn die Meater wussten, was das Spiel kann. Heißt du, du kriegst schöne Nachricht von wegen, wir greifen jetzt das dunkle Volk an und es passiert halt rein gar nichts Müssen wir den dunklen Volk Zürme geben? Ja, irgendwas, was die KI anvisieren kann Oder man müsste halt die Truppen an irgendeinen bestimmten Ort schicken Die hatten halt auch keine Zeit Das muss man sich immer vor Augen führen Es fehlte alles Die Fähre von den Von den Wikingern Die wird auch sehr hilfreich Einfach mehr crunchen, easy Es gibt Dinge, die ändern sich nie Also auch wie viele Sonic Games jetzt inzwischen schon Durch, äh, durch Crunch halt, äh, unter ihren Erwartungen blieben Bei Sonic 06 war es ja richtig fatal Weil das ja auch dann nach, also das habe ich ja auch in meinem Video gesagt Das hat ja echt im Prinzip auch dann das Franchise Nachhaltig beeinflusst Da war doch letztens dieser eine Typ in den Nachrichten von wegen, äh, mehr Bock auf Arbeit haben Und sie dachte, wow Wer findet keine Bäume mehr? Ja, du Ja, gut Komm, ich mach dich mal da oben da drum Okay, weil das ist gerade auch bestätigt Siedler 3 Musik Also, die habe ich doch drin Äh, sie können, glaube ich, mit Angriffsbefehl auch andere Spieler angreifen Das habe ich tatsächlich noch bei meinem Freund noch beobachten können Hm Hm Hier kriegt man 3 Golderz zum Start, weil der große Tempel früher 3 Gold gepostet hat. Ne, normaler Angriff findet nicht gegen andere Spieler statt, das stimmt. So, da hat der kleine Tempel auch 1 Gold gebraucht, ja, das habe ich tatsächlich aber nicht mehr miterlebt. Es gab wohl auch mal eine Zeit, wo jedes Opfer 2 Mana gegeben hat. Ich glaube, es war auch eine der ersten Sachen, die der Community-Patch dann bei seinen Balancing-Versuchen zurückgebracht hat. Ah gut, hier fehlt Eisen, dann macht es auch Sinn, dass wir Eisen von den Nachbarn bekommen sollen. Na, so. Wie lange willst du weit machen? Bis Mission 12 durch ist. Äh, unter Umständen wird das nicht vor Mitternacht der Fall sein. So, hier liegt jetzt alles vor. So, wir haben im Moment, wobei doch. Auch nicht mehr Äxte, die können sich gleich alle bewegen. So, einmal hier rüber, bitte. Ich habe das Schmerz voraus und jetzt habe ich meine Map gemacht, wo alle ge- alle waren. Denn, bitte. So, das läuft. Pürieren. Jo, aber ich trinke keinen Kaffee. Ich trinke auch keinen Alkohol. Das hier ist auch eine der Karten, wo ich das erste Mal mit den Skript-Sachen rumgetestet habe. Okay, da ist die Fähre. So, ich dachte, wir kriegen Eisen. Schade. So, ich mache jetzt die Fähre. So, ich mache jetzt die Fähre. Alkohol trinkst du nur, wenn du Psychokinese hörst. Nein. Ich bin lame. Ich mache keine Trinkspiele mit Alkohol. Ähm, wie sieht es aus? Habe ich noch einen Schmied dazu bekommen? Ja, ich habe zwei Schmiede. Okay. So, auf, da wir gerade echt den Boost brauchen. Eisen! Und zwei Hammer. Pass auf, dann machen wir eine Angel, eine Sende, zwei Äxte. Oh, Moment, ist Eisen definitiv wichtiger. Das heißt, wir müssen weiter noch da. Dann hätten wir Tritalin... Was? Chat, was ist hier los? Tritalin-Tabletten. Ich promote hier keinen Drogenmissbrauch. Für die Psychokinese eine Tabette ist, wenn man spätestens zehnmal tot hat, man kann sich gut konzentrieren. Ja, man muss die guten Dinge betrachten. Lass die Dinge positiv sehen. Glas halb voll und so. Glas halb voll und so. Da ist immer wieder glücklich. Und dann haben wir ja die Bedeutung. Untertitelung. BR 2018 Hier bräuchte man jetzt echt Bios. Untertitelung. BR 2018 Hier ist ein Stapel. Hier ist eins. Wo sind die restlichen 16? Manchmal wäre so ein Finde... Ach hier, bei dem Schiffswrack. Jetzt hat er keine Siedlermusik. Doch. Ging die Frage an mich oder an Creative? Nein, ich bin nicht selbstständig. Ende schön wär's. Selbst Jenny ist doch auch nur eine Umschreibung für Arbeitslucht Creative, du bist aber heute auch hier on fire, ne? Ich bin übrigens selbstständig. So, wir benötigen mal ein paar L3er. Wir haben auch ein paar Rüstungen bekommen, so viel uns das auch bringt. Und? Das war's für heute. B-Philipp Bergmann hat mit zum Start, 2. Gibt Leute, die sind mit 30 Stunden Rente, ja, das ist korrekt. Wobei in der Regel halt auch nicht freiwillig. Untertitelung des ZDF, 2020 Werde vom Start dafür bezahlt, jemand zu testen, wie sich jemand entwickelt, der ganz viel Alkohol und Ritalin nimmt ohne Abends. Alles für die Wissenschaft. Wie war das? Blau hat auch noch nichts getan dafür, dass die, würde ich behaupten, bessere Vorgaben hatten als ich. Hier wäre auch so ein toller Ort für einen Turm mit hoher Reichweite. Sehr reiche, ganz cool für einen Turm, also eine Turmart. Oh, shit. Oh, shit. Jo, das war's. Oder? Warte, wo gehen die hin? Wo gehen die hin? Wir sind so weit unten. Wir sind so weit unten. Das ist so typisch Siedler-KI irgendwie gerade. So, jetzt habe ich auch ein paar L3er. Hm? Huh? So, jetzt muss ich das an? Okay, das war's. AI kann er dich mit, er kann er dir viel, wie willst du bei mich umgehen? Das ist, das ist wahr. Ich bin erfolgreich an meinem Ziel angekommen, sehr gut. Bitte keine Waffen produzieren fürs Erste. So, ihr werdet mal gerade Bauarbeiter. Ah, ich hab hier zu wenig Kohle. So, da müssen wir leider ein Bein gut und ein Bein schlecht bauen. Man sieht die teilweise hängen. Ja, das stimmt. Ich finde es immer noch faszinierend, aber auch irgendwie erbärmlich, dass ich gerade im Grunde genommen immer überlebt habe, weil die KI gesehen hat, dass es nichts zu holen gibt bei mir. Ich hätte da mit Pionieren arbeiten müssen, weil sonst kommst du nicht schnell genug durch die Wüste durch. Gut, das geht auch schön schnell. Theoretisch hätte ich auch einfach ein paar Siegler hier hinstellen können, dass die sich das glauben lassen, aber ich hatte halt gerade keine. da stehen hier irgendwo noch ein paar Soldaten vorbei rum. Ah, shit. Juhu, doppelte Musik. Ah, kriegen wir das mit der doppelten Musik eigentlich noch geregelt? Wieso ist die die ganze Zeit doppelt? So, jetzt. Gibt es einen NS4-Rekord für die meisten doppelte Musik? Oh, ja. Das wäre schlimm. So. So, einen Geologen brauche ich wieder. Dass der hier nochmal guckt, weil irgendwo brauche ich hier glaube ich noch Kohle. Ansonsten müssen wir auch mit Rohstoffe auffrischen arbeiten. So. 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 Bevor wir. Speedrun ist so schnell wie möglich doppelte Musik bekommen. Ja, das wäre bestimmt eine coole Speedrun-Kategorie. Warte, ihr müsst die... Warum habe ich die Goldschmerz die ganze Zeit... Ach, ich habe die vorhin noch nicht pausiert, oder? Ja, weil ich die Kohle zur Werkzeugschmiede bringen wollte. Also das kann man auf jeden Fall auch besser spielen. Untertitelung des ZDF, 2021 So, aber gleich müssten die L3 ja in Strömen rauskommen. Och, Leute. Jetzt ist aber wirklich mal gut. Weil kommt die drei da? Die sind isoliert. Wo gehen die hin? Wollen die hier hin? Mir soll es recht sein. Da sind keine Siedler mit Werkzeug. Hä? Wo geht ihr hin, Bros? Wir haben keinen Stein mehr. Das ist schlecht. Wenn wir irgendwo Fisch in einem Lager hätten, könnten wir es umwandeln. Wir müssen der Verbreitung des Dungenvolks gerade mal echt Einhalt gebieten. Ähm, kannst du bitte nicht? Okay. Gut, das ist, äh, geregelt. Also kriegen wir das Dunkelvolk nicht auf die Schnelle zurückgedrängt. Ah, äh, Soldatentechnisch geht's uns eigentlich gut. Wir haben 34. Inzwischen eigentlich meistens L3er. Und die Soldaten hier sind wenigstens nicht aggressiv. Vor allem, wenn sie wollten, könnten sie halt richtig aggressiv hier das Dunkelland verbreiten. Tun sie aber nicht. Ich muss, glaube ich, euch das Spiel wirklich mal komplett neu starten. So, wir töten mal gerade diese... Diese Gärtner. Mensch, sieben verletzte Soldaten. Ich muss das komplette Spiel neu entwickeln. Gefühlt, ja. So, falls sie nochmal kommen, kann ich einen Schildzauber einsetzen. Jetzt bleibt doch mal auf der Stelle stehen, Mann. So, Siedlermangel sollte dann auch gleich behoben sein. Äh. 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 Ach, ich hab die Kuhn mir dadurch auch noch ausgeschaltet. Das ist halt immer der Kack. Also, das ist nicht so gut gelungen, finde ich, mit den Schamanen, dass man halt... Man kann die Schamanen halt abwehren, indem man jetzt seine Gebäude ausschaltet. Dann vergisst man halt... Dann kommt halt die Problematik dadurch, dass man daran denken muss, sie wieder anzuschalten. Ich fände es ehrlich gesagt sinnvoller, wenn Schamanen im Gebäude eindringen könnten und dann den Siegler da drin versklaven. Das ist halt ein bisschen weird, dass Schamanen... So, das dunkle Volk respektiert keine Grenzen, aber sie respektieren eine normale Tür. Beziehungsweise, hier ist ja nicht mal eine Tür. Hier ist einfach nur... Nichts. Also, lass die Schamanen einfach ein paar Sekunden wieder drin verschwinden, dann kommen sie wieder raus mit, äh... Mit ihren Sklaven. Ich glaub, sie haben ein paar Bauarbeiter erwischt. Das sollten wir vielleicht mal gerade korrigieren. Ja. Okay. 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 54 Soldats sind wir jetzt eigentlich total safe, weil das Druck halt auch einfach nicht stärker wird. Ich überlege, ob es Sinn macht, tatsächlich von der Wikinger-Seite aus anzugreifen, weil hier am Engpass ist halt sehr, das ist halt sehr dicht am dunklen Tempel dran. Geht's killtechnisch? Das dunkle Volk hat neun Kills und ich hab 74. Mana geht jetzt auch gut zur Sache. Aber wir brauchen mehr. Ich will ein Lager mit Fisch, für Fischzustein. Ich kann noch eine Kohle-Mine bauen. Ja, genau. Ach, Leute. Na gut, ist kein nicht ersetzbarer Rohstoff drin verloren gegangen, aber... Musste auch jetzt nicht sein, oder? So, ich bin ein Lager. Ja, wir müssen nochmal ein Lager. Das ist eine Lagerung. So, ich bin ein Lager. Ich bin ein Lager. Was ist ein Lager. Was ist ein Lager? Was ist ein Lager? Ich bin ein Lager. Wir brauchen sogar noch eine Spitzhacke. Wir brauchen noch eine Spitzhacke. Äh, wo sind keine Bäume mehr? Hier, okay, komm weg. Wir brauchen noch eine Spitzhacke. Wir brauchen noch eine Spitzhacke. So, das sollte aber dann genügen. Oh, wer kommt denn da? Oh, wer kommt denn da? Ja, wäre zuerst schon ein kleines Kohl-Vorkommen. Komm, Brot ist ja eh nicht unser Flaschenhals hier, aber weil das keine vollen Schilder sind, machen wir direkt mal Rohstoffe auffrischen drauf. Und hier auch. So, wir können jetzt auch langsam vier Tempel versorgen. Das hier eignet sich ja da auch sehr schön. Wir brauchen noch mehr Wein. Wir brauchen noch ein kleines Kohl-Vorkommen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Beliefert das bitte schon mal. Dann machen wir noch eine Spitzhacke. So, das können wir theoretisch wegzaubern. So, tschüss Bauarbeiter. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, mehr Mana bitte Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Scheint nicht so. Untertitelung des ZDF, 2020 So, das nun für Volk erholt sich aber auch nicht mehr los. So, jetzt kann ich Problemlust zwischen Priestern und Gärtnern wechseln. Meine normalen Soldaten muss ich halt nochmal selektieren. Guck mal an, wie schlecht die bewacht sind hier. Die Soldaten stehen wieder irgendwo in der Ecke rum. Oh je, die Schamanenarmee mit ihren tollen Kampfzaubern. Äh, das ist nicht cool. Okay. 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 Da sind wir hier aber gerade dezent zu nah. Wenn jetzt die Siedler hier nicht so ziellos wären, dass sie diese kleine Strecke nicht schaffen, wäre es ja echt cool. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 So, geht mir das schnell genug? So hinterfrage ich gerade, ob ich bei der Vegan-Challenge auch auf den Tempeltrick verzichten will. Ich meine, ich werde es in den Wikinger-Karten sowieso müssen. So, ich werde es in den Wikinger-Karten. Das war's für heute. Hier bist du mit der Mission schon gekommen, das ist jetzt Mission 5. Ihr geht hier hin, ihr geht hier hin. Hier ist es ein Wettbewerb, aber das ist ein Wettbewerb. So, wir sind noch, wir haben da noch einiges vor uns, sehe ich hier, anhand der Flammen. Dann versuchen wir mal irgendwie das auch, dass wir hier Vision drauf kriegen. So, wir sind hier, wo wir hier sind. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 So, da ist noch einer. So, da ist noch einer. So, da ist noch einer. Sonst müsste die Pause auch länger sein, weil die Sachen, die ich im Moment koche kosten mich halt gerne schon mal eine Stunde So, sehen wir irgendwo was von so einem Volk Ist so lustig, das sieht hier aus als hätten wir irgendwie noch einen weißen Spieler hier Kommt, ihr geht mal gerade los los Ganz ehrlich, wo ich das gerade so überlege, habe ich das Gefühl, dass sowohl die eigenen Gärtner als auch die dunklen Gärtner schneller sein müssten. Weil das dunkle Volk setzt die dunklen Gärtner ja nicht so in riesigen Mengen ein. Und ich meine, selbst jetzt hier mit 50 Gärtnern ist es halt doch recht langatmig. Der bricht aber auch, dachte jetzt nach dem zweiten Mal, schaufe ihn so komisch ab. Jolante, ist das richtig? Ich habe diese Missions gemacht, außer der Trojan-Kampagne. Die sind die letzten , die ich noch nicht gemacht habe. Do you mean the the viking mission? Where you start with the ships? Ah, you need to clear the bay. There are some Trojan warships in there. You can destroy most of them with your archers, which is better, because you can save your mana for the priests. But I think there are one or two that you have to destroy with your own warships. And then you will get some supplies with a ship and can play normally. Oh, was ist das denn hier? Hat sich da etwa ein dunkler Gärtner hier durchgesnaked? There should be foundation cards within the ferries that you get. And those have pioneers and some basic tools. And there should be a supply depot within the harbor that you conquered with a lot of tools. But you will need to construct a residence early because you only have like 10 beds or so. Okay, we just saw this. There's a new mushroom farm that just grew. Occasionally, I've not played setlas 3 very much at all. But I definitely need to spend some more time with that game. But if you're used to setlas 4, then the quality of life stuff that the game has that has been added through mods is just too much to give up. I've gotten too used to some of the setlas 3 stuff, but it's not as natural of a flow to me yet. This is such an oddly straight line. Okay, so it's should be the last two. Oh! Okay, we've won already. Alles, was glitzert. Okay, einer zum Schiffsrack. Hier oben brauchen wir auf jeden Fall Steinmetze. Das waren gleich einige. Schicken schon mal zwei rüber für die Pioniere, die ihr Römer später schickt. Ist das nicht deine Lieblingsmission? Ich finde, mit Ubo ist die halt sogar interessant. Wie viele haben wir? Wir haben drei. Okay, wir haben drei Dreieckse. Okay, wir haben drei So. Okay, wir haben drei Dreieckse. Untertitelung des ZDF, 2020 Was soll das sein? Das ist mein Minecraft-Skin. Don't worry about it. Thanks for tuning in. Merke, ich habe doch definitiv zu wenig Englisch-Erfahrung. Ich spreche es doch zu selten. Ohne Creative ist es ruhig im Chat. Ja, dezent. Ja, dezent. Ja, dezent. Ja, dezent. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich glaube die Kanalpunkte muss ich aber rausnehmen, weil ich werde das aktuell niemandem ermöglichen können zeitlich Wir haben einen Fischer Eine Getreidefarm, den Rest machen wir mit Mana Das ist Obo mit Magie, es balanciert die komplette Magie neu Du kannst die Umwandlungszauber sinnvoll einsetzen Kampfmagie bringt was Doch die Nahrungszauber, ich biss auf Fruchtbarkeit Ich habe gegen Creative, der hat als einziger bis jetzt die Belohnung eingelöst und ansonsten halt während der WM Kaufbarkeit aber noch vergessen Hey, ich hab's immerhin so geändert, dass es jetzt alles instant wachsen lässt. Aber das Problem ist, der Wachstumszyklus ist nicht das, was die Farm langsam macht. Mit S3-Wachstumszeiten, dann wäre es halt sinnvoll, wenn du eine neue Farm hast, dass die halt einigermaßen schnell halt ihre erste Ernte reinbringt. Aber auch selbst dann ist es halt begrenzt. Also die einzige Weise, wie es was bringen würde, wäre, wenn es halt auch instant ernten würde. Dass es halt die Getreidefarm auch noch wirklich Arbeitsvorgänge spart. So, pass auf, wir benötigen trotzdem eine Kohle-Mine. Das sind aber auch echt eher noch zwei. Beide. Wir brauchen die Werkzeugschmiede. Können Sie mit Kriegsgeräten arbeiten? Ja, könnte ich. Aber warum? Ja, können wir tun. Ja, für die für mich würden. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich brauche einen Turm da oben, aber ich werde auf lange Sicht doch Holz brauchen. Ich glaube übrigens, dass das hier eigentlich die Stätte aus Mission 3 sein soll. Also das ist zu markant, als dass das Zufall sein könnte. Und da unten das Gebiet ist halt das aus Mission 5. Aber es gibt ja natürlich ein paar Diskrepanzen, deswegen das nicht so hundertprozentig passt. So. So. Bettimus spielt auf der Siedler. Das stimmt. Ihn hatte ich gerade irgendwie gar nicht auf dem Schirm, aber das ist natürlich richtig. So, Leute, ihr müsst nicht ewig weit laufen. Schmeißt es einfach hier auf den Boden. Und dann geht ihr nochmal los. Wir brauchen nochmal eine Säge. Wir brauchen nochmal mindestens drei davon und ein paar davon. Bon. Musik Na gut, ich meine, wenn es weniger Leute streamen, heißt das natürlich auch weniger Konkurrenz, aber Ja, wenn ich bedenke, was sonst alles massenreise Streamer findet Musik 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 Hat sich auch schon relativ viel entdeckt, das stimmt Man ist schon länger dabei Musik So, Mana-Produktion steht, hier fehlen nur noch ein paar Steinchen Dann können wir auch gleich den Steinflug machen Musik 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 Warte, den brauchen wir nicht Wir brauchen den hier Also es bringt jetzt nichts groß, noch irgendwie das Schiffswrack gezielt erobern zu wollen Musik Das Kind Musik 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 Das müsste ich dann irgendwie ermöglichen. Wird das dann auf YouTube kommen? Natürlich. Das muss auf jeden Fall auf YouTube. So, wir brauchen auf jeden Fall eine Waffenschmiede. Wir brauchen auf jeden Fall hier. Okay, ihr wisst nicht, was ich mit euch anfangen sollt. Ähm, ihr drei, ihr... Lagen da nicht auch ein paar Schwerter? Ne, das war's schon. Und dann können nämlich die Reste auch wieder zu Siedlern werden. Leute, ich brauche aber auf jeden Fall langsam mal den Priester. Ja, das war's schon. Ja, das war's schon. Ja, das war's schon. So, Waffenschmiede muss man dann noch als nächstes... So, dann erstmal auf L1er konzentrieren. L2er, je nachdem wie's mit dem Gold auch hinhaut. L2er, je nachdem wie's mit dem Gold. 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 Aber solche Sachen gehen halt komplett an mir vorbei. L2er, je nachdem wie's mit dem Gold. So, komm, wir machen sogar ein paar Blasrohrschützen, die sind so gut gegen die Ergten, die Nahkämpfer jetzt. L2er, je nachdem wie's mit dem Gold. Ruhig! L2, je nachdem wie's mit dem Gold. L2, je nachdem wie's mit dem Gold. Oh, 40 Euro! So im Moment ist aber Gold nicht der Flaschenhals, sondern er hat Waffen. Untertitelung des ZDF, 2020 Anima hat ja wirklich Tequila getrunken. Nein, sie waren nicht mal in der Nähe von der Wüste. Aber sie haben das erfunden, was wir heute Schokolade nennen. Nur sie haben halt Kakaobohnen. Sie hatten keinen Zucker, deshalb haben sie halt den Kakao praktisch mit Chili gemischt. Was sie dann Chocolatel nannten. Und das war tatsächlich sogar... Ich glaube, das war nicht mal unbedingt den reichen Mayas vorbehalten. Das war tatsächlich sogar schon... Es galt so gut zu sagen als Menschenrecht. Oder zumindest als Recht der Mayas allgemein, weil es als Geschenk der Götter gesehen wurde. Ähm, wo sind die... Hier. Okay, die Eisenmine kann jetzt doch langsam mal versorgt werden. Ich möchte mit Sweeney... Ja, ich habe ein komplettes Video dazu, dazu wie akkurat die Mayas dargestellt wurden. Weil mich das voll interessiert hat. Vielleicht mache ich da auch nochmal ein paar Videos mehr von. Geht mal ein bisschen mehr hier hin. Geht mal ein bisschen mehr. 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 Okay, das läuft jetzt, also Mana-Produktion ist verdoppelt. Na, wir brauchen mehr Holz. Dazu muss die Werkzeugschmiede auch wieder beliefert werden. Aber ich spare gerade jetzt mal meinen Mana, falls ein Angriff kommt. Aber hier kommt erstmal noch nichts. Ich glaube, ich brauche auf jeden Fall auch mal ein Rohstofflager für Stein. So, noch eine Angel. Rot ist ja kein Problem. Ja, das hat doch schon mal jemand erwähnt. Ah, schon wieder nur Holz. Kann nicht besetzt werden. Moment. Da, hallo. Ist das ein Witz? Ist das ein Scheiß? Okay, da kommt der Rest. Wollte schon sagen, das wäre ein bisschen seltsam, wenn die nur ein paar Schwertis schicken würden. Okay. Ah, okay, der will hier lang. Ja, nö. Nichts da. Aber wir sind denen auf jeden Fall überlegen. Das Problem waren ja auch nicht die ersten Angriffe in dieser Mission. Waren sie nie. Es war immer das Problem, dass man zermürbt wurde und man sich nicht erholen konnte schnell genug. Kannst du noch mal, wenn sie nicht erholen, wenn sie nicht erst mal bekan? Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und da kommt grün, aber gut, das ist jetzt unabhängig davon. Das hat jetzt mit dem Angriff nichts zu tun. Also die KI versucht sich nicht gegenseitig zu rächen oder zu unterstützen. So, jetzt kommt ihr, ihr habt ein bisschen mehr Wumms, ihr habt tatsächlich mal L2er mitgebracht. Tschüss. Oh, die armen Priester sind ja komplett wehrlos. Guckt euch diese Kills. Guckt euch diese Kills an. K.I. erreicht ja gar nichts. Guckt euch die Kills an. Guckt euch die Kills an. Guckt euch die Kills an. So, dann sollen wir vielleicht mal ein paar Töre bauen. So, sollen wir vielleicht mal ein paar Töre bauen. Aber so ist es halt nicht. Guckt euch. Mikaid ist auf seinem Spieltag gegen echte Spieler, mhm, weil ich auch tryharden will. Untertitelung des ZDF, 2020 So, der kann mal da arbeiten, dann machen wir uns nochmal ein paar Sägen und Äxte. Mensch, die haben mir sogar mal richtig was vor. Okay, grün ist jetzt aber gerade gut dabei. Okay. 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 So, wir brauchen mehr Gold, das ist aber kein Thema. Wir brauchen auf jeden Fall ein Lazarett hier in der Nähe. Hi Benarik, wir machen gerade einen kompletten Playthrough der DV-Kampagne an einem Stück beziehungsweise mit einer Essenspause später, entweder nach der Mission oder nach Mission 7, je nachdem wie spät es dann ist und wie hungrig ich mich dann fühle. Untertitelung des ZDF, 2020 So, Holzproduktion müsste gleich dann soweit sein. Okay, ja, Grün hat hier einiges reingeschoben. Wir müssen aber den gleichen Mission 7 in die Missionsbeschreibung reinhören, einfach für das Meme. Schön schön das gestreichelt. Nee, heute noch nicht. Ich habe kurz reingeguckt, bevor ich ihn den restlichen Käfig wieder freigegeben habe. Ich glaube, ich habe Ivy kurz, doch, ich hatte Ivy kurz in der Hand, um einmal abzutasten, ob er doch irgendwie verletzt ist auf eine Weise, die ich sonst vielleicht nicht gesehen hätte, aber soweit ich das beurteilen konnte, war alles gut. Manchmal überlege ich ja auch, ob ich Chinchilla-Content bringen soll. Ich bin ja auch, ob ich mich nicht mehr so, ob ich mich nicht mehr so, ob ich mich nicht mehr so, Ah, soll er nicht im Vordergrund stehen? Nee, aber ich glaube, ich habe ja durchaus ein paar Bilder und auch Videos, die im Laufe der Zeit entstanden sind. Die könnte man ja durchaus mal ein bisschen zusammenschneiden und kommentieren, was da die Sache war. Okay, wartet. Okay, der Turm darf nicht stehen bleiben, weil sonst gehen die total komische Wege. Ja, aber diesmal auch eine größere Gruppe. Ich muss gucken, dass ich zumindest ihre Bogenschützen wegkriege. Wobei, die Nahkämpfer sind ja auch die Blasrohrschützen recht stark. So, ich bring mal den Priester hier raus. Er ist fast abgenippelt hier. Ja, klar. Er hat jetzt natürlich genau den Turm abgerissen, der gerade fertig war. Statt den einfach selber zu übernehmen. Statt den einfachen, Statt den einfachen, Statt den einfachen. Statt den einfachen, 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 Statt den einfachen Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich bin gespannt, ob sie diese Verluste, wie lange sie das durchhalten. Ah, jetzt haben wir schon wieder doppelte Musik. Na mal spiel! Und damit wir uns schnell erholen, ganz viele Waffen, ganz viel Eisen, ganz viele Hämmer. Wir können dann auch gleich unsere Bautrucks ein bisschen hochschrauben. Wir können dann auch gleich unsere Bautrucks ein bisschen hochschrauben. So, und langsam haben wir die Wüste vollgebaut. So, und langsam haben wir die Wüste vollgebaut. Und die Spitzhacken, was auch immer ich mit denen machen soll. Wir sind einfach schon wieder auf 60 Mana, also... Das bringt schon was, so ein Mana-Bild. Aber so langsam brauchen wir auch... Moment... Wir werden doch wieder langsam haben mit noch ein paar normale Minen. Die Spitzhacken werden doch wieder einmal mit denen beziehen. So, du gehst hier hin, du gehst hier hin. Ich starte sogar mit einem Jäger und ich habe ihn die ganze Zeit nicht genutzt. So, du gehst hier hin, du gehst hier hin. Ich glaube, wir können noch ein paar Mal den Förderungszauber einsetzen, also statt dem hier, weil der halt noch nicht so mitskaliert ist. Okay, ich dachte schon. Das war's. Wo ist das? Und dann machen wir hier noch eine hin, die da arbeitet. Wir brauchen noch zwei Sensen. Wir brauchen noch zwei Sensen. Wir brauchen noch zwei Sensen. So, ich war doch vorhin ein Riesengoldvorkommen gefühlt. Wir brauchen noch zwei Sensen. Oh, Maya-Mana geht so schön schnell. Boom. Aber ein zweiter Tempel wäre vielleicht ganz gut. Wir brauchen noch zwei Sensen. Oh wow, jetzt ist es aber hier gerade zu bewaldet. Hi Charme, willkommen zum Stream! Wir mussten gerade einmal kurz reloaden, aber ansonsten läuft Dark 6 tatsächlich relativ geschmiert. So, wir machen nochmal hier ein bisschen mehr Holz. So. So. So, du findest keine Bäume mehr. So, wie sieht es aus? Am 21, 12 und 7. Ich könnte noch ein paar Distillen bauen, so ist es nicht. Aber eigentlich liegen auch die Tempel ziemlich voll. Also, er muss noch ein Tempel her. Mods für den DSi, da bin ich raus. Ich bin gerade echt ein bisschen unschlüssig. Ob vegan... Vegan könnte das Early Game hier ein bisschen tatsächlich beeinflussen. Aber so viel haben wir uns jetzt gar nicht auf die Minen verlassen. Das war ja so, wozu du Gold aus Bergen holen? Ja eben! Also, das ist doch total überbewertet. Wir sind jetzt auch fast am Limit bei den Gold, äh, bei den Kosten für Gold. Und dann sehen wir uns jetzt schon mal wieder. Wir können natürlich jetzt überlegen, ob wir auf Geschenke gehen, weil die ja jetzt gerade noch relativ günstig sind. Wir können jetzt überlegen, ob wir auf Geschenke gehen. Wir können jetzt überlegen, ob wir auf Geschenke gehen, ob wir auf Geschenke gehen, ob wir auf Geschenke gehen, ob wir auf Geschenke gehen. Wir können jetzt überlegen, ob wir auf Geschenke gehen, ob wir auf Geschenke gehen. Wir können jetzt mal gucken am Ende der Statistik, wie viel Mana wir produziert haben. Ich glaube, das wird das, was wir in Römer Mission 3 hatten, auf jeden Fall toppen. Ich würde langsam mal gerne hier an das Gebiet rankommen. Dazu werden wir Pios brauchen, glaube ich. So, eins habe ich noch und dann ist es auch Holz zu Gold auf Max. Komm, wir rasten einmal mit Geschenken aus. Guckt euch das an, wie viel der Hämmer. Und guckt euch an, wie schnell das Mana auch wieder rauf geht. Ich würde euch an, wie viel der Hämmer. Oder auf dem Hügel bräuchten wir theoretischen Turm. Hier ist ja perfekt für einen Fleischhof. Zumindest beim Wikinger. Ich weiß nicht, wie es beim Römer aussieht. Untertitelung des ZDF, 2020 So, hier weicht man gerade zur Seite aus. Moment, sind noch erst neun. Einer fehlt noch. Komm schon, wo ist Nummer 10? Da ist Nummer 10. Hier ist man gerade da. Aber jetzt halten sie sich auch bedeckt gerade. Da manchmal frage ich mich, ob die KI halt auch die Killverhältnisse mit einbezieht in ihren Angriffsentscheidungen. Wenn wir da nachgehen... Ja, dann bin ich haushoch überlegen. Aber wir können doch noch ein paar Planierer brauchen. Wir haben so viele Bauarbeiter. Ich habe doch vorhin so viele Bauarbeiter eingestellt. Ich habe so viele Bauarbeiter. Das wäre nicht schwer. Behaupte ich jetzt einfach mal kackfrech. Als Römer auf Steinminen und auf Steinmetze verzichten. Das könnte ich mir noch irgendwie lustig vorstellen. Und als Trojaner natürlich keine Eisenminen, sondern nur Schwefelminen. Das muss man dann umwandeln. Also ich muss die Challenges auch ein bisschen gezielt aussuchen, weil es ist auch die Frage, was wollen die Leute überhaupt sehen. Ich denke, ich werde da bei Zeiten mal eine Umfrage machen. Aber da ich diese Sachen noch immer in einem Setting durchmachen möchte, muss ich da halt auch mal Termine für lange Streams finden. Und so lange Streams sind auch durchaus ermüdend. Musik So, wir benötigen auf jeden Fall eine Landverbindung. Weil wir jetzt auch gut hier ein paar Rohstofflager zu haben, einfach dass wir die Sachen schnell bauen können und ein Lazarett. Sind noch jetzt bei 100% Kakaafers. Drei Holzlager als Maya, das muss man auch erstmal schaffen, dass man das braucht. So, die Kila-Distin liegen halt auch voll mit Agaven. Und da können wir auch noch ein paar mehr vertragen. Und da können wir auch noch ein paar Fragen stellen. So, die Kaila ist endlich jungen. Und da können wir auch noch ein paar Minuten anlegen. Wir werden die Kaila nicht mehr sehen. Drei Schatz, ich bin ein paar Sachen. Wenn ich meine Kaila nicht mehr so habe, mich zu ver vaccine! Wir müssen dann auch noch unsere Kaila nicht mehr so verzehr nehmen. So, wenn ich mich liebe, so weit bin ich nicht mehr so bleiben. Und da geht es nicht mehr so rein. So, genau. Hier ist diese Landzunge. Let's go! Okay, einer muss weg. So, du gehst da rüber. Du gehst hier rüber. Oh, sie ballern Blutrausch drauf. Wäre natürlich cool als Side-Effekt, wenn Blutrausch gegen den Lähmungseffekt immun machen würde, weil die so voller Adrenalin sind, dass das Gift nicht wirkt. Das hätte was. Oder wenn zumindest der Blutrausch erst entfernt werden müsste und dann würde die Wirkung vom Gift einsetzen. Der hat so ein nettes Detail. Ich glaube, das muss ich mir für HGLG mal notieren. Oh. Hello. Oh. Was macht ihr denn da? Was macht ihr denn da? Ach Leute, was habe ich denn hier gemacht? Mal lieber auf Abriss halten. Was macht ihr denn da? Ja, man lasst. Wenn ihr euch findet, dann toothpaste. Oh, was macht ihr schistet? Kommt! Was macht ihr da? Kommt! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, ihr geht euch auch mal heilen. Hier lagern wir noch was ein. Weil hier kann man ja auch noch ein paar Schützen hinstellen. Kommt, die letzten drei gehen mal hier hin. So, jetzt kann man glaube ich auch den nächsten mit reinnehmen. Aber ich glaube, die Wertkämpfer sind schon weitgehend dezimiert. Oh, sie hatten einen Turm, den sie da bauen wollten. Tut mir jetzt aber leid. Kommt, wir kümmern uns mal ein bisschen um Kampfkraft. Noch gerne mal ein bisschen mehr, würde ich sagen. Okay. 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 So, wir brauchen wieder Steine. Wie ist der hier rumgekommen? Ist der hier lang? Da haben die einfach meine schönen Diebe gesnackt. Wir haben jetzt 10 Siedlermangel, weil die ganzen Waren da transportiert werden müssen. Wir kommen noch nicht mal dazu das ganze Gold zur Kaserne zu bringen. Wir kommen noch mal dazu. Dann haben wir noch eine Axt übrig, weil letztens gibt es irgendwie noch einen Holzfäller, da weg können, so wie der hier. Ja, aber das war gar nicht das Problem. Hallo, würdet ihr mal bitte... Geht bitte da hin. Und dann greift ihr an. Geht bitte da hin. Und da wurde was ausgelöst. Kein Bock, dass der Römer sich jetzt hier durchsnackt. In anderen Worten, wir greifen an. So, mit 125 KK bzw. 112 Defensiv sollten wir ihm definitiv überlegen sein. Kein Bock ... Kein Bock ... Kein Bock ... Bein ... So, grün dürfte angriffstechnisch eigentlich komplett unterdrückt sein. Ich finde es halt schade, dass wir hier nicht die Chance haben, jetzt noch mit dem Zauber die Bogenschützen wegzusnipen. Brauche ich denn noch ein Sägewerk? Das ist ein Sägewerk. Das ist ein Sägewerk. Das ist ein Sägewerk. Da wird nichts mehr passieren, außer dass halt die Römer unter Umständen jetzt angepisst sind. Aber damit kann ich leben. Hm? Das ist ein Sägewerk. Komm, lass dich heilen. So, ihr positioniert euch mal da, vielleicht können wir dann gleich in die Flanke fallen. Guckt euch das an. Was für eine Prozession. Nein, 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 nicht er, sondern ihmchen hier. Kann ruhig mal gucken, ob wir vielleicht ein paar von den Bogenschützen weggesnipet kriegen. Hm, leider nicht. Schade. Aber okay. Aber gut. Und okay. Das war's. Nee, Heiliger Baum ist Missions-CD. Das ist alles, was glitzert. Einfach kaum Verluste. Ja, wir können jetzt langsam mal anfangen vorzubereiten, dass wir komplett in den Angriff übergehen. So, ihr heilt euch noch. Natürlich habe ich den Heiligen Baum gefällt. Es gab keine andere Alternative, um den Frieden zu sichern. Ja, wir können jetzt mal anfangen. Ja, wir können jetzt mal anfangen. Ja, wir können jetzt mal anfangen. Na, jetzt kommen sie noch hier schön den Weg hier lang. So, die Bogenschützen dürfen mal die Vorhut bilden. Ja, wir können jetzt mal anfangen. Ja, wir können jetzt mal anfangen. und ein milan willkommen zum stream typisch nee ach komm das habe ich auch erst später gemacht wir sind jetzt immerhin schon sechs stunden dran und wir werden wahrscheinlich noch sechs stunden dran sein nachdem es so mache ich kurz für das abendessen dann geht es weiter wahrscheinlich nicht vor mitternacht fertig sein so 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 Aber Römer sehen irgendwie komisch aus, wieso? Ja, das war ja auch das Ding mit dem heiligen Baum, weißt du? Ich hätte es ja auch verstanden, wenn sie dann dafür irgendwie einen Baum ausgesucht hätten, der halt nicht sonst wo auf der Karte zu sehen ist. Wobei, to be fair, das könnte ich wahrscheinlich sogar als Schönheitsänderung in Settlers United einbringen. Ich müsste nur das Skript von der Map verändern, dass halt direkt am Anfang, als das Objekt da gelöscht wird und dann ein anderes dahin gesetzt wird, wobei ich dafür die ganzen IDs kennen müsste. Aber theoretisch würde das gehen. Ich meine, ich habe ja auch den Goldschatz bei der Maya-Schatz-Suche, weil nach vier Missionen Bilder ab ist der halt echt enttäuschend gewesen. Ich meine, jetzt, wo es, wenn wir nach dem Add-on, gab es ja auch ein paar neue Baumtypen, dann hätte ich vielleicht wirklich so einen Olivenbaum nehmen können. Ich finde es aber auch ehrlich gesagt ein bisschen schade, dass man wirklich immer als Spieler Farbe Rot hat und dass man das nicht direkt auch ein bisschen völkerabhängig gemacht hat, beziehungsweise je nachdem, welche Person. Das ist halt so ein bisschen auch in der Kampagne mal variiert. Age of Empires macht das ja regelmäßig. So, ihr lauft, ihr lauft hier. Man könnte jetzt natürlich... Aber der Bedarf für einen längeren Krieg besteht halt in diesem Spiel so selten. Ich würde jetzt natürlich hier bei Blau nochmal eine komplette Siedlung aufbauen. Mein Vater hat das damals sogar gemacht. Daran erinnere ich mich nämlich noch sehr gut. Das war nämlich auch das, wo ich festgestellt habe damals, dass die Maya-Türme ja an Schwertkämpfer auf dem Balkon stehen haben. Ich fand das irgendwie schon damals komisch. Wieso steht ihr da... Warum lauft ihr hier so komisch? Was macht ihr denn? Was hat denn die Werkzeugschmiede hier gemacht? Dass da drei Sensen liegen. Ja, das ist klar, dass das... Aber das war ja auch Siedler 3 hat es ja auch nicht gemacht. Du magst... Wenn du sie zerstörst... Ich Master & Das finde ich aber okay. Also keine Ahnung, der wirkt so, als würde der da hingehören. Und das ist halt auch, mir passt schon mehr ein Ausguck. Aber bei dem Maya-Turm, also ein Ausguck würde ich dann nach oben packen und nicht irgendwo hier. Auf die mittlere Etage. Angesehen davon, dass er eigentlich einen Bogen haben sollte, aber ja. Ich finde, beim Trojaner würde es Sinn machen, wenn der Hauptmann, wenn das Hauptmann-Slot gäbe bei der Burg, dann sollte der Hauptmann irgendwie da am höchsten Punkt stehen. Ich finde, es ist halt auch ein Ausguck. 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 Du spielst ja eigentlich Outerwild. Doch, damit sind wir schon durch. Haben wir doch schon drüber gesprochen. Immer wenn du weg bist, mache ich einen Outerwild-Speed-Run. Ich glaube, das wird auch irgendwann mal so ein Meme. Das kannst du keinem erklären. Untertitelung des ZDF, 2020 So, blau haben wir gleich. Grün ist aber auch kein Thema mehr. WOLLOW WOLLOW So, ich bin gespannt, ob die KI jetzt aggressiv wird. Aber so viele Schwertkämpfer dürfte sie hier gar nicht haben. Wenn jemand Nahrungsvorschläge bei mir, gibt es heute Pilz-Fio-Ready. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Auch immer toll, ein großer Atom, der nicht besetzt ist. Liebe ich bei der KI. Eigentlich müsste man auch mal die solche Sachen einfach mal durchgehen. Ich bin gespannt, ob ich die Sachen einfach mal durchgehen. Was hast du, verstehst du, ein perfektes Remake der Kampagnen zu machen? Mhm, natürlich. Sonst noch irgendwas? Reicht ein perfektes, äh, ein perfekter geistiger Nachfolger zur Siedlereihe nicht. Das ist ein Befehl, welche Kampagnen und einen Turm voll zu versetzen. Ähm, ja, bei, äh, bei Warrior Slip geht das, glaub ich. Hast du es wirklich erschrocken? Nein, hab ich nicht. Sei leise. Toll, 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 Äh, bei Sunshine. Mit Ihnen das Seeilell gibt es können? Bei, mit Ihnen sind wash номером ein guter Neural Siedlere ù Einfach eine Funktion erfinden, die dafür sorgt, dass IKI mit Warrior Slip große Töbe bauen und besetzen kann. Ja, ist ja schon mal ein großer Fortschritt. Fortschritt Ich würde ihn erst mal als mündlichen Vertragsschluss bezeichnen. Und jetzt gesetzlich anfänglich, weil ich aber einen vernünftigen Siedlernachfolger habe. Ja, den Wunsch erfülle ich ja gerne. Ja, den Wunsch erfülle ich. Ah, okay, das werden wahrscheinlich die Gegner sein, die ich... Standen die das ganze Spiel über hier oder sind das die, die ich weggeportet habe? Ja, sowas passiert mir nicht immer nur in Maya-Maps, wo ich den Zauber eingesetzt habe. Also würde ich vermuten, das sind die, die ich teleportiert habe. Deswegen kann ich auch nicht einfach den Watt löschen und diese Stelle rausschneiden, weil ich gerade entscheidend ist, Mensch, die nimmt gerade seinen Stream auf. Boah, das sind ja NSA-Midvoten hier. Boah, das ist ja Nice-Midvoten hier. Oh, hier vaccine. Boah, das ist ja fast. Und jetzt und jetzt ab hanen, life-Midvoten hier. Ich hab die ganze Zeit immer da... Was sagst du dazu? Ähm, das ist ein bisschen wasted. Also ich weiß nicht, äh, warum brauchst du den Speicherplatz nicht für irgendwas Sinnvolleres? Für, keine Ahnung. Literally alles andere. Wieso geht der hier nicht auf die... Hä? Wieso macht der keine Schwertkämpfer mehr? Hä? Also aus irgendeinem Grund muss ich da gerade Start-Stop machen. Ist der noch irgendwo ein Turm? Okay, hier ja. Wartet, ihr bleibt hier. Ich dachte im Moment, die Burg hätte vielleicht durch Ubo, wenn sie halt... Ich meine, das geht ja tatsächlich sogar bei Burgen. Wenn maximale Besetzung im Editor ausgewählt wurde, dann schraubt er ja auch die Anzahl der Soldaten hoch. 16 Terabyte Festplatte, da kann ich nicht mithalten. Müsste eigentlich mal die Festplatte austauschen, wo die ganzen Aufnahmen drauf landen. Das Ding ist, ich habe zwei baugleiche Festplatten drin. Selbst wenn... Also, abgesehen davon, dass man ja auch die ganzen Sachen irgendwann im Vorfeld mal rüberschieben muss auf die neue Platte. Wofür ist... Ich meine, dafür gibt's Geräte. Aber ich wüsste jetzt halt auch nicht, wie ich jetzt unterscheiden soll, welche von diesen beiden Festplatten jetzt die richtige ist. Dass ich auch die richtige austausche. Die andere, die ist noch nicht mal anlassweise voll, weil... Trotz Spiele und Programme. Weil vier Terabyte damit zu füllen, ist halt doch eine Herausforderung. Vor allem, wenn man halt nicht so viele Triple-A-Spiele spielt, die Unmengen an Speicherplatz fressen. So. Soll ich, äh, einen Pausenscreen anladen oder sollen wir hier bleiben? Während ich, äh, auf, äh, während ich Nahrungsmittelpause mache. Vielleicht haben sie irgendwie nochmal welche, wenn ich das selber auslesen können müssen. Auf dem... Stimmt. Ja, muss ich mal gucken. Ich mach's Pause, wenn ich zurück bin, was soll das? Nein, ich mach die Pause jetzt, weil ich Hunger habe. Es ist 20 vor sieben. So, Moment, wo ist der Pausenscreen? Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Hier. Hier. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020